Das Jahr neigt sich dem Ende und wir blicken mit einem Auge zurück auf unser Hobbyjahr und mit dem anderen Auge schauen wir in die Zukunft der Dyson Notes. Herzlich Willkommen zum Jahresabschluss. An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Jeder mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bewohnern, Konflikten und Problemen. Und wir mittendrin. Diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dyson Notes. Und wie passt es so schön? Sechs Augen sehen mehr als nur zwei Augen. Hallo Phil, hallo Hauke. Ja, moin Piwi, grüß dich. Moin Jungs, hallo liebe Hörer. Ich habe gerade gesagt, wir gucken mit dem einen Auge zurück in die Vergangenheit und mit dem anderen Auge gucken wir in die Zukunft. Hauke, wie war denn so generell so dein Hobbyjahr? So unterm Strich. Total geil. Einfach super. War einfach super. Aber ich hatte mir für dieses Jahr vorgenommen, also jetzt kein Scheiß, ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, 500 Hobbypunkte zu schaffen. Und ich bin gerade bei 387. Das ist zwar nicht Ziel erreicht, aber Ziele muss man sich ja auch höher stecken, als man sie eigentlich erreichen wird normalerweise. Und dafür, dass ich auch einen Umzug hatte, bin ich mit 387 echt cool. Ich bin sowieso mal gespannt auf deine Erklärung, wie du denn deine Punkte dann dementsprechend erklärst, wie du auf diese 387 kommst. Das ist ein sehr, sehr abgefahrenes Schema, was Hauke da fährt. Also er wird uns das nachher auf jeden Fall nochmal erklären. Phil, wie ist denn dein Hobbyjahr so gelaufen, so im Großen und Ganzen? Also das war bisher das erfolgreichste Hobbyjahr, das ich bisher hatte. Es sind ja noch nicht so viele. Ich habe ja erst so 2020 damit angefangen. Deswegen kann ich da noch nicht auf so eine große Geschichte zurückblicken. Aber im Großen und Ganzen muss ich wirklich sagen, ich habe dieses Jahr meine erste Armee fertig gemalt. Ich bin Mitglied der Dysonauts geworden. Also besser hätte es gar nicht laufen können. Ja, mega geil, oder? Also ja, ich überlege mich auch gerade. Ich habe eigentlich so ein abgefahrenes Hobbyjahr mit euch erlebt. Also mit euch Dysonauts, muss ich jetzt sagen. Wir haben uns immer irgendwie gepusht über gewisse Dinge und jeder hat mal irgendwie so einen Stein ins Rollen gebracht, wo man dann plötzlich hier Püppchen auf dem Tisch stehen hatte und sich dann irgendwie ausgetauscht. Man hat sich in der Dysonauts WhatsApp-Gruppe da ausgetauscht mit den anderen Leuten, die da Mitglied sind. Es war einfach nur abgefahren. Also von daher, ich bin sehr gespannt. Wir gehen mal die Monate durch und schauen einfach mal, was uns da noch so im Gedächtnis hängen geblieben ist. Und ich bin sehr gespannt, weil ich fange einfach mal an. Januar, Februar, März weiß ich nicht mehr, was wir da irgendwie hatten. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich habe auch nicht mehr irgendwie auf dem Schirm, was habe ich mir gekauft oder irgendwie sowas. Ist euch da irgendwas in Erinnerung geblieben? Auf jeden Fall, Piwi. Januar 2022 war bei uns im Prinzip die Startphase von Battletech und du hast dir Battletech-Sachen gekauft. Guck mal, dass du das weißt und ich nicht. Ich weiß aber noch, bei welchem Händler du dir gekauft hast. Ich habe die beim Sci-Fi-Trader. So früh wart ihr damit schon dran. Genau. Das gibt es ja gar nicht. Ich kann dir auch nicht mehr genau sagen. Also ich weiß schon, warum ich Battletech gekauft habe. Das war damals, ich habe auf der Xbox, habe ich MechWarrior 5 angefangen zu spielen. Und daraufhin bin ich so angefixt gewesen. Ah ja, das ist gefährlich. So und da habe ich mir das gekauft. Das war total absurd. Da stehst du morgens auf und abends sagt Piwi zu dir, lass mal Battletech spielen. Du sagst, was? So fällig wie eine Lawine aus heiterem Himmel oder wie heißt das hier? Und du hattest auf einmal die fixe Idee, dass wir Battletech spielen mussten und du hattest ja bei mir ein leichtfähriges Opfer. Mir kannst du ja jedem Scheiß erzählen. Ich mache ja alles mit. So wie mein Kumpel André das immer sagte, von wegen so, gib mir Hexfelder und ich bin dabei. Deswegen, der ist auch schon bei Warhammer, wie hieß das Spiel noch? Underworlds oder so hieß das, glaube ich. Ja, das ist das mit den Hexfeldern. Mit den Hexfeldern, ne? Ja, das ist André auch schwach geworden. Also von daher. Nein, also ganz ehrlich, ich habe dann irgendwann zugeschlagen bei Battletech. Also das blieb nicht nur, so wie ihr das da kennt vielleicht, mit einer Box, sondern dann wurden es drei Boxen plus irgendwelche Lanzenboxen. Und jetzt, ich habe mich mit Phil letztens noch im Fantasy Inn in Hannover getroffen. Und da zeigte er so mit so einem Finger auf die Alpha-Strike-Box. Und ich sage so, nee, wenn ich das jetzt noch kaufe, ey, dann kriege ich Ärger zu Hause und so weiter. Also, aber ich habe mir, davor die Tage hatte ich mir, aus Hannover, habe ich mir einen kleinen Urban-Mac mitgebracht. Der musste einfach sein. Okay. Ja, super geil. Ja, guck mal, was du alle weißt, Hauke, ey, du bist ja hier so ein Elefanten hier, nee, was hier rumläuft. Echt? Ja, ich kann mal, alles, was unwichtig ist, das kann ich mir super gut merken, aber alles, was wichtig ist, ist halt schwierig. Nee, nee. Ah, super geil. Ja, ich war im ersten Quartal noch komplett als Solo-Wargamer unterwegs und hatte Starbreed Hunters auf dem Tisch gebaut. Habe mir da so mein MDF und mein Kunststoffgelände hingestellt und einfach mal eine Runde gedaddelt. Das geht nämlich auch alleine ganz gut. Und wie war das bei dir, Hauke, das erste Quartal? Weißt du von dir auch noch irgendwelche Detailkäufe oder so? Ja, ich kann dir nicht mehr erzählen, was ich bei der Arbeit gemacht habe oder was in der Familie passiert ist. Aber was im Hobby los war, kann ich gut erinnern, richtig? Nee, also zunächst einmal war es ja so, dass ich Ende letzten Jahres in der Hochphase war, meine Ork-Armee vorzubereiten zur Bemalung. Also ich hatte die Figuren weitgehend vorbereitet, dass ich dann echt loslegen konnte. Und im Januar habe ich wie ein Irrer Orks bemalt, sodass ich insgesamt, das ist kein Witz, 100 Ork-Figuren im Januar fertigstellen konnte. Das lag aber daran, wie gesagt, dass vieles an Arbeit schon vorher erledigt war, wie Grundfarben auftragen und so weiter und so fort. Aber den letzten Schliff, quasi bis mit Ausnahme des Basis, habe ich dann im Januar geschafft. 100 Figuren, das habe ich auch in meinem ganzen Leben nie wieder erreicht. Und parallel lief ja dann die nächste Irrenummer an mit Battletech. Und da hatte ich mir dann Clan Invasion, die Grundbox bestellt und zwei Lanzen. Und das sollte sich ja dann auch im Prinzip durch das Jahr durchziehen. Also dass wir Battletech dann nicht wirklich kompakt abgearbeitet haben, sondern irgendwie so als Zeitprojekt die ganze Zeit hatten. Und ich habe meine geilste Erwerbung im ganzen Jahr. Also ich konnte tatsächlich nachvollziehen, was ich gekauft habe in diesem Jahr. Was echt nicht viel ist. Das, was ich am allergeilsten fand, ich habe mir eine Gorka-Morka-Box gekauft bei Ebay. Die habe ich, glaube ich, für 220 Euro bekommen. Aber die war halt unpunched. Also das Gelände, das Ork-For und so, das war noch alles in den Papierbögen drin. Oh, geil. Alle Fahrzeuge im Gussrahmen drin, alle Figuren noch im Gussrahmen. Also echt, was nicht dabei war, waren leider die beiden Regelwerke. Aber die hatte ich ohnehin schon, von daher war es mir egal. Und 220 Euro war eine stolze Summe Kohle. Aber dafür, dass ich dieses Spiel dann nach gefühlt 20 Jahren dann auch endlich mein Eigen nennen konnte, war ich total glücklich. Ich bin letztens mal gefragt worden, wie man so viel Geld ausgeben kann für ein Hobby. Ob das nicht teuer ist, so nach dem Motto. Und ich habe dann einfach gesagt, von wegen so, es ist ein Hobby. Und wenn ich bereit bin, dafür Geld zu investieren, damit ich Spaß dran habe, dann ist alles gut. Und das ist ja nicht außergewöhnlich, dass man für sein Hobby Geld ausgibt. Also da muss man sich ja nur mal angucken, wenn du jetzt jemanden kennst, der leidenschaftlichen Instrument spielt. So, Gitarristen. Ich kenne keinen Gitarristen, der nur eine Gitarre hat. So, das gibt es einfach nicht. Und eine Gitarre, die kriegst du jetzt auch nicht hinterhergeschmissen. Von daher, also das ist, glaube ich, wenn man so ein Hobby hat, wo man leidenschaftlich dafür brennt, dann kommt sowas halt einfach dazu. Dass man da dann auch, ohne mit der Wimper zu zucken, bereit ist, Geld für auszugeben. Zumal der Begriff teuer ja auch wirklich relativ ist. Hobbys haben doch eigentlich im Prinzip die Neigung, dass man alles an verfügbarem Geldes, was dafür irgendwie zur Verfügung steht, dann auch tatsächlich ausgibt. Sei es, dass man sich irgendwie ein Motorboot kauft, dass man auf Mount Everest klettet, dass man den komplett asozial macht und ins Weltraum fliegt halt auf Kosten seiner gesamten Mitmenschheit. Es ist völlig egal halt. Also im Prinzip gibst du das aus, was du hast, nicht das, was du brauchst. Und da kann man auch gerade einen schönen Bogen schlagen. Was ich nämlich auch gemacht habe, das war ja auch im März, da hatten wir ja die Aufnahmen zum Pile of Shame, auch mit Daniel. Und Daniel sagte damals, er hätte sich selbst ein Hobbybudget gesetzt. Und da meinte er, glaube ich, wenn ich das so minder oder minder erinnere, dass wir werden gleich lachen. Und er sagte, 50 Euro im Monat. Ich hatte mir damals auch ein Hobbybudget gesetzt. Das war aber ungefähr das Dreifache, so 150 Euro. Und das fand ich auch schon überschaubar. Aber ich bin dann auf Daniels Betrag runtergegangen von 50 Euro im Monat. Und ihr werdet lachen. Ich komme damit gut aus. Ach, guck an. Respekt. Das heißt, du sparst aber dann auch vom vergangenen Monat, um dir eine größere Anschaft beim darauffolgenden Monat zu machen? Also, den verfügbaren Geldbetrag, den ich vorher, also sagen wir mal die 150 Euro, die ich vorher ausgegeben habe, die habe ich ja trotzdem noch. Die gebe ich jetzt ja nicht einfach für andere Sachen aus. Aber von diesen 150 Euro gebe ich jetzt 50 Euro maximal, also regelhaft 50 Euro im Monat aus. Und wenn ich die nicht ausgebe, weil ich nichts brauche, dann haue ich natürlich die 50 Euro auf die hohe Kante, sodass ich im nächsten Monat theoretisch 100 Euro hätte. Ja, genau. Es ist aber auch so, dass ich natürlich eigentlich 300 Euro hatte. Und davon sind ja 100 Euro dann nach zwei Monaten im Hobbybudget. Und die anderen 200 Euro, die lege ich dann für ein anderes Hobby zurück. Erzählte ich damals hier auch, dass ich einen Segelschein machen möchte, respektive ein Boot kaufen möchte halt. Und das macht ja Sinn, dann vielleicht auch mal einen Euro zu sparen, wenn man ein Boot haben möchte. Ha, Phil, weißt du, wo ich uns beide gerade sehe? Nein. Ja, pass auf. Ich sehe uns beide bei Hauke auf dem Boot. Hauke fährt schön auf dem Steinhuder Meer. Und wir sitzen da und spielen keine Ahnung was. Nee, ihr müsst malen, Alter. Oh Gott. Bei Windstärke 10 oder 8 Meter. Ja, oder wir hängen über der Reling. Oder wir hängen über der Reling, weil wir beide nicht seetauglich sind. Das könnte durchaus passieren, ja. Das könnte durchaus passieren. Mega geil, ey. Ja, so Hobbybudget finde ich cool. Dann darf man kurz darauf zurückzukommen. Also exakt das, was Daniel sagte. Es war zuerst komisch, mit echt so einem überschaubaren Betrag rauszukommen. Aber wenn du dann sagst, okay, ich kaufe mir jetzt einfach einen Monat lang nichts, dann hast du 100 Euro. Das ist ein Betrag, mit dem du echt schon richtig was anfangen kannst wieder. Und ich sehe es dann, ja, ich über das Jahr, was ich mir dann tatsächlich gekauft habe. Ich hätte mir tausend andere Sachen kaufen können, auf die ich total Bock gehabt hätte. Das wäre nicht das Problem gewesen, das Geld loszuwerden. Aber was ich mir tatsächlich gekauft habe. Und das sind im Wesentlichen eigentlich Hobby-Sachen, so Verbrauchsgegenstände, so Farben, Grundierung, all Sonnengedönsheit. Und weniger Figuren, denn von Figuren habe ich genug darauf, wenn ich auch noch mal später zurückkomme. Mal überschlagen, ich habe in diesem Jahr 183 Hobby-Punkte dazu gekauft. Wie das berechnet wird, darauf kommen wir später auch noch mal zurück. Aber im gleichen Zeitraum habe ich auch 176 Figuren verschenkt. Das heißt, die Anzahl der Figuren ist per se ziemlich konstant geblieben. Mal abgesehen davon, was ich alles bemalt habe. Also insgesamt ist das sehr viel weniger geworden. Aber es ist wirklich überschaubar. Es sind fünf Boxen Orks. Die Gorka-Morka-Box. Dann noch die Grundbox für, pardon, die Grundbox für Battletech. Da muss ich mal kurz dazwischen schieben. Das war auch eine Sache, Alter, das kann sich keiner vorstellen. Da war ich in Koblenz und bin dort in einen örtlichen Hobby-Laden gegangen. Ich habe vergessen, wie das heißt. Aber das war eine Bude, sowas habe ich noch nicht gesehen, wirklich. Das war der Hobby-Trader-Messi. Komplett vollgestopft, die Bude. Und die Leute aus Koblenz, respektive aus Rheinland-Pfalz, die das jetzt hören und den Laden kennen, die werden genau wissen, welchen Laden ich meine. Der hatte echt mehr oder minder vom oberflächlichen Durchschauen alles. Er hatte AK-Farben, alles Mögliche. Er hatte Star Wars Legion, er hatte die alte Grundbox für Herr der Ringe. Er hatte wirklich ein richtig gutes Sortiment. Aber keinerlei Ordnung im Laden. Und du hättest dort stundenlang suchen müssen, bis du irgendwas findest. Und der Verkäufer, und das muss er jetzt mir nachsehen, wenn er das tatsächlich hören sollte, hat sich echt aufgeführt wie ein Arsch. Also so einen unfreundlichen Menschen habe ich mein ganzes Leben noch nicht erlebt. Also das war unglaublich. Und ich war echt froh, als ich aus dem Laden wieder draußen war. Und ich habe mich da geärgert, dass ich dort überhaupt was gekauft habe. Aber das musste in dem Moment sein. Und das geht nicht. Also wenn du das hörst, du musst dann den Kunden einfach besser behandeln. Das geht sonst nicht. Das finde ich einen total legitimen Hinweis, weil davon leben diese Geschäfte ja. Und wenn dieser Grundsatz nicht vorhanden ist, dann hat man sich offensichtlich das Falsche vorgenommen, damit ein Geschäft zu eröffnen. Ja, der war total genervt. Ich sage, hast du das? Er guckt mich an und sagt, oh, Alter, ey. In Klammern so, jetzt muss ich selbst danach suchen. Ja, natürlich. Aber ich möchte es ja auch von dir kaufen. Wenn du es nicht verkaufen möchtest, dann schließt die Tür nicht auf. Ja, genau, das ist das Problem. Das war das erste Mal, dass ich echt mir was gekauft habe. Und danach hatte ich ein schlechtes Gefühl. Das fand ich richtig ätzend. Das war das Anti-Hobby-Erlebnis. Das geht aber gar nicht. Also wenn du ja was kaufst, dann soll das ja eigentlich dir Freude bereiten. Allein schon der Vorgang, du gehst in den Laden rein, du stöberst, du findest vielleicht neue Dinge, die du mitnehmen möchtest und so weiter. Du nimmst das in die Hand, gehst zur Kasse, bezahlst, gehst raus und freust dich. Dieses ganze Ding ist doch so ein wirkliches Pamphlet aus ganz vielen verschiedenen kleinen Dingen, die dich nachher glücklich machen. Und wenn du dann da so eine Kackpratze da sitzen hast, die dir einfach dann quasi mit einem nackten Arsch ins Gesicht springt und sagst von wegen, verlass schnellstmöglich meinen Laden, aber lass deine Kreditkarte vorher noch mal fallen. Ich glaube, wir sollten eine Folge über Friendly Local Gaming Stores machen. Ja, auf jeden Fall. Der Typ muss einfach mal zur Fortbildung, zum Fantasy hingefahren werden. Da kann er sich dann mal von den Jungs und Mädels da mal zeigen lassen, wie das geht. Ja, du, behandle deine Kunden mit Respekt und Spaß und sieh zu, dass du den Leuten dann ihre Wünsche quasi von den Augen abliest und die kommen wieder. Springst du denen mit einem nackten Arsch ins Gesicht, kommt der Kunde nicht wieder. Ist doch wohl logisch. Ja, aber wahrscheinlich ist das so ein Typ, der dann da unten so ein Machtmonopol hat, weil er alleine ist, so nach dem Motto. Vielleicht, man gibt ja irgendwie dieses Parallelgedanken zu Orkams Rasiermesser. Ich kriege den genauen Fachbegriff nicht drauf, dass man niemandem eigentlich Bösartigkeit unterstellen sollte, wenn Doofheit reicht. Vielleicht hat der Typ ja auch nur einen schlechten Tag gehabt. Also es mag ja auch sein, dass es vielleicht einfach nicht sein Tag war. Ja, natürlich. Naja, was soll's. Solche Erfahrungen habe ich nämlich auch hier im Fantasy Inn ab und zu schon gemacht. Also da muss man dann auch ab und zu mal ein Auge zudrücken. Das ist so. Naja, du gehst ja auch nicht rein irgendwo, keine Ahnung, beim Fantasy Inn oder was weiß ich, wenn ihr da unten beim Taschengelddieb seid oder so, gehst du rein und siehst den Leuten direkt aufs T-Shirt geschrieben. Heute war das scheiße. Ich hatte Stress mit meiner Frau, weil ich die Kinder zu spät in die Schule gebracht bekommen habe. Ich hab vergessen, die Mülltonne nach draußen zu stellen. Und keine Ahnung, ich hab ein Knöllchen gekriegt, weil ich falsch geparkt habe. Das steht ja den Leuten nicht aufs T-Shirt geschrieben. Also von daher, natürlich kann das so sein. Ja, klar, das stimmt. Aber was interessant ist, ist ja immer, du bleibst ja immer irgendwie, sag ich jetzt mal, es bleibt im Gedächtnis. Ja, leider. Dieses Unfreundliche, das bleibt ja im Gedächtnis, so nach dem Motto. Dann überlegst du dir beim nächsten Mal, geh ich da nochmal hin oder probier ich es nochmal, so nach dem Motto. Also ich bin so ein Typ, ich mach das ganz gerne so zwei, drei Mal. Und wenn das beim vierten Mal oder dritten Mal immer schon noch genauso scheiße war wie früher, dann kann der Laden mich mal gerne haben. Das, was war's dran. Also ich hab mal gelernt, warum sollte man sich mit Leuten umgeben, die eine schlechte Laune verbreiten. Wir hatten ja die Community auch aufgerufen, die Hobby-Fales des Jahres zu übersenden. Also was mich betrifft, war das das absolute Anti-Hobby-Erlebnis des gesamten Jahres. Und eigentlich sind wir noch gar nicht in einem Monat. Und eigentlich sind wir dann noch im Januar bis März. Das ist aber nicht schlimm, da können wir uns ein bisschen mehr Zeit lassen, weil wir haben ein ganzes Quartal abzuarbeiten und so weiter. Also von daher ist es überhaupt nicht wild. Phil, was war denn dein Hobby-Low des Jahres? Mein Hobby-Low des Jahres? Da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das überhaupt hatte dieses Jahr. Also, weil ich sag mal so, es ist eigentlich echt nichts Negatives passiert. So in Kombination mit dem Hobby. Doch vielleicht das, ja, das Einzige war so ein kleiner, das Einzige, was, wenn ich jetzt wirklich drüber nachdenke, wenn ich jetzt wirklich was, was ein Hobby-Low suche, dann waren das einfach nur negative Erfahrungen mit Menschen ganz grob aus der Community, so vereinzelnd, die da so ein bisschen, ja, einen bitteren Beigeschmack hinterlassen haben. Aber ansonsten, so vom Hobby selber her hatte ich kein Low, aber eher so ähnlich wie Hauke, eher so die Berührung mit Hobbyisten hat mir ein kleines Low zum Teil verpasst. Ist auch ein spannendes Thema, wenn wir da mal drüber überlegen. Also, Internet hat tolle Sachen hervorgebracht, aber auch genauso schlechte Seiten hervorgebracht. Das ist zum Beispiel eine davon. Aber auch hier wieder die Devise, gebt euch nicht mehr Menschen ab, die euch runterziehen. Also von daher, ich habe so viele Leute geblockt gehabt im Internet. Das ist unglaublich. Und Seiten, die mich annerven, da bin ich auch nicht mehr draufgegangen. Also von daher, das, lasst es einfach. Ja, Pibi, da hast du auch, auch das gehört zwar ins letzte Quartal, aber ich erinnere auch, dass du einer großen Facebook-Gruppe jetzt auch den Rücken gekehrt hast, weil du auch sagst, da krieg ich nur schlechte Laune bei. So sieht es aus, wollte ich gerade sagen. Also, das muss man ganz ehrlicherweise sagen, diese Gruppe dort, vielleicht kann man sich das denken, ich sage jetzt keine Namen, egal welchen Post man gemacht hat, viele Leute sind sofort drauf eingestiegen und haben das Ding erst mal zerpflückt, wie scheiße es doch ist. und ich sehe immer nur von wegen, dass dort viele Sachen gepostet werden, die, sagen wir, Leuten Spaß bereiten und dann haben andere Leute wieder Spaß daran, wie gesagt, das Ding A zu zerpflücken und B einfach das Negative herauszusuchen und dann auch noch anfangen zu sticheln und das ist so ekelig. Das ist echt unschön. Das ist so ekelig, Leute. Ja. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, von wegen so, haltet lieber eure Fresse und kommentiert gar nicht, sondern scrollt einfach weiter. Ja. Jetzt haben wir das eh an der Folge stehen, auf jeden Fall. Das ist mir scheißegal, das dürfen wir auch. Naja. Zum Jahresabschluss mal die Fresse halten. Ja, davon ja auch ruhig mal sagen. Ist doch wirklich so. Unbedingt. Ja. Also richtiges Hobby-Low war das jetzt für mich nicht. Also mein Hobby-Low, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, das sind solche Sachen, so wie ihr vorhin sagtet, so Hobby-Stuff, der als Verbrauchsmaterial im Prinzip gilt. Ich habe mich dabei häufig ertappt, dass ich Sachen gekauft habe, die ich hier im Original verschweißt irgendwo noch stehen hatte und ich mich dann geärgert habe, dass ich dann plötzlich nachher zwei oder drei von den Sachen dann plötzlich hatte und ich überlege dann von wegen so, wie kriege ich den Scheiß denn jetzt weg? Ich kann sie nicht einfach wegschmeißen. Also könnte ich schon, aber das bringt ja nichts, so nach dem Motto. Ja, so habe ich hier, ich weiß nicht, ich gucke jetzt mal eben so rüber, ich glaube noch irgendwie ein paar Washes stehen, die hätte ich benutzen können oder oh, bestes Beispiel, ich habe von Valejo, habe ich hier Glaze Medium, so. Ja. Hat Piwi in einer kleinen Flasche, so eine kleine Dropperbottle, habe ich mir dann auch noch mal eine 60 Milliliter Flasche gekauft. So. Hat Piwi dann irgendwann gesagt von wegen so, ja, ja, brauche ich auf jeden Fall, laufe hier zum örtlichen Bösner nach Osnabrück und sehe da von Liquitex Glazing Medium. Scheiße, das musst du auch noch mal kaufen. Jetzt habe ich hier 118, 178, 200 Milliliter Glazing Medium stehen und ich werde mich wahrscheinlich bis zu meinem Rentenalter im Rollstuhl sitzend, werde ich wahrscheinlich irgendwelche Farben mischen können zum Glazen. Das ist, das meine ich. Unnötig Geld ausgegeben, das war. Ich würde sagen, das war die Vorbereitung auf den nächsten Golden Demon Entry von Piwi. 350 Stunden glazen. Ja, genau. Und dann ein bisschen mit so einer zittrigen Hand, ja, das kannst du auch vergessen. Ja, das war so, das war so mein Hobby-Low. Ja. Ja, aber das soll ja nicht irgendwie ausarten hier in einer Folge von wegen, oh, es lief alles so scheiße und so weiter und so fort. Ich habe für euch eine Sprachnachricht rausgesucht und zwar der liebe Daniel von Magabotato hat uns eine Sprachnachricht zukommen lassen. Die würde ich euch ganz gerne mal eben vorspielen. Moin, moin und hallo, hier ist der Daniel von Magabotato. Liebe Dysonauts, viele Grüße. Ich folge eurem Aufruf gerne für das Hobby-Highlight und Lowlight des Jahres und zwar ist das bei mir tatsächlich beides in einem. Es geht um Masters of the Universe Battleground. Das ist auf der einen Seite mein Lowlight, weil kurz vorher wurde ja Fields of Eternia von Arken über Kickstarter finanziert und gar nicht so viel später, ich weiß nicht wie lang, drei Monate, kam dann die Ankündigung, dass mit Battleground ein Skirmisher mit Plastik-Miniaturen rauskommt. Also das, was eigentlich jeder haben wollte und vorher gab es eben nur Fields of Eternia und ja, viele Fans haben dann aus Verzweiflung dieses Spiel gebackt, um überhaupt Minis zu bekommen aus dem Masters of the Universe Universum, wie auch ich und kurz später kommt dann das und da kann mir auch keiner erzählen, dass das nicht so geplant war, denn allein die Tatsache, dass das Spiel danach großflächig im Handel war mit fertig produzierten Gussrahmen, ja, das wusste man vorher, das hätte man sagen können, absolut arschige Aktion von Arken, muss man leider so sagen. Trotzdem ist es auch mein Highlight des Jahres, denn es sind Masters of the Universe, Tabletop-Figuren in einem super modellierten Zustand, top gegossen. Das Spiel ist okay, ich habe erst ein Testspiel gemacht, aber es ist kein Totalausfall, also genau das, was ich auch eigentlich schon jahrelang hätte haben wollen und immer mal wieder auf Messen gesehen habe, dass Leute Fanregeln gebaut haben und jetzt gibt es was Offizielles, das ist schon sehr, sehr cool. Ja, ich mache die Welle mit, bin da normal nicht so, also anderen Firmen vergebe ich da nicht so leicht, aber hier hat einfach, das hat einfach, die positiven Aspekte haben überwiegt. Love it, change it or leave it, ich habe halt gelernt, mit den Umständen klar zu kommen und finde das jetzt einfach klasse. Punkt. Über den Rest kann man sich jetzt ärgern, ich lasse es einfach bleiben. Auch die Tatsache, dass sich für Cool Mini auch noch viel Geld ausgegeben hat, die ja ein ähnliches Spiel rausgebracht haben und das jetzt irgendwann zu einem Freund von mir nach Kanada geschickt wird und ich das dann sehr teuer importieren muss, da reden wir auch nicht drüber. Also, Aufreger und absolutes Highlight des Jahres für mich, Masters of the Universe Battleground. So, ich denke, der Rest der Redaktion schickt euch auch noch Grüße zu, wenn nicht, nochmal im Namen von uns allen gute Zeit, vielen Dank für euer Programm, ich höre immer wieder gerne und vor allem jede Folge. Macht's gut, auch wenn die Tage zwischen den Jahren dieses Jahr so arbeitnehmerunfreundlich sind wie sonst noch was. Tschüssi! Vielen Dank, Daniel, für die Sprachnachricht. Das ist toll, oder? Klasse. Ja. Wie ist denn euer Part zu Masters of the Universe? Seid ihr da so im Thema oder seid ihr auch eher so, ja, ist zwar ganz nett, aber brauche ich jetzt nicht? Ja, also, ich habe das so, ähm, vor 20 Jahren mal auf Tele 5 geguckt. Ja, Tele 5, große Liebe. Aber ansonsten hatte ich da nie so wirklich Berührungspunkte mit, ähm, mir gefällt sogar die neue Serie, äh, wo ja, wo ich zumindest vernommen habe, dass, dass dir so den, den, den Oldschool-Fans das nicht so richtig zugesagt hat. Ähm, deswegen, also das ist eigentlich relativ an mir vorbeigegangen in dem Sinne von, dass es mich nicht so wirklich interessiert hat. Natürlich hat man mitgekriegt, dass es überall auf, äh, auf den sozialen Medien unterwegs war, auf YouTube und überall. Aber ansonsten, dass ich, also mir haben da nicht jetzt die irgendwie die Finger gejuckt, dass ich da jetzt, äh, den Bestellbutton aktiviert habe oder so. Hm. Weiß nicht, Hauke, wie, wie ist deine, ja, ähm, Connection zu, zu Masters of the Universe? Also ich bin halt die Urgeneration Star Wars und als ich halt ein kleiner Junge war, Anfang der 80er Jahre und im Supermarkt stand, ähm, war es halt so, dass mich halt die Star Wars-Sachen interessiert haben und nicht die Masters of the Universe-Sachen, zumal die gefühlt auch erst ein bisschen später erschienen. Und, ähm, für mich stellt es sich halt so dar, dass die Star Wars-Sachen im Supermarkt immer weniger wurden oder in den Spielzeuggeschäften und die Masters of the Universe-Sachen immer zunahm. Und ich konnte mit diesen übertriebenen Muskelpaketen per se gar nichts anfangen. Also ich fand, als Kind hat mich das überhaupt gar nicht interessiert. Also wirklich überhaupt null. Das hat mich komplett kalt gelassen. Als, äh, Jugendlicher und, äh, junger Erwachsener war es dann so, dass ich dann halt Samstag morgens nach einer langen Nacht morgens im Bett lag und dann halt auf Tele 5 halt wie jede andere offenbar auch halt He-Man und She-Ra geguckt hab. Das, das fand ich dann ganz cool. Also auch gerade mit die Moral von der Geschichte und so, das hatte ja schon etwas. Ähm, aber mehr als, mehr als ein, ein seichter Zeichentrickfilm war das für mich nie. Ich hab allerdings, nachdem jetzt hier dieser ganze Hype-Train ja hier hochgefahren ist und wie Daniel das ja auch, äh, wirklich zutreffend schildert, ne, dass die Leute und die, die, die ganzen Fans da echt eigentlich, dass denen eigentlich, man kann's gar nicht anders sagen, dass denen wirklich übel mitgespielt wurde und dass die da verarscht wurden. Fand ich das ebenfalls übel, aber mein, mein Interesse an dem Spiel ist doch schon ziemlich, ziemlich gewachsen. Aber ich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich sage, ich muss mir das kaufen oder so. Ich werd mal gucken, vielleicht kann ich Mathis mal anstiften, ähm, mir da mal ein Einführungsspiel halt zu kredenzen. Ja komm, Mathis hast du ja schon jetzt wieder angefixt oder eher dich oder ihr euch gegenseitig befruchtet mit Saga und ich hörte da andere Dinge noch im Hintergrund laufen. Also von daher, ne, das, das könnt ihr beiden noch per se ganz gut euch gegenseitig da anstacheln. Ja, es ist, es ist eine Katastrophe. Ich dachte, ich hab's, ich hab's ja vorhin gesagt, ne, ich hab ganz wenig Sachen in dieser gekauft. Ich habe es bis Mitte Dezember geschafft, kein neues System zu beginnen. Auftritt Mathis. Wir müssen Saga spielen, Zeitalter der Kreuzzüge. Okay. Natürlich, ich brauch Saga 10. Und ich, ich versuche jetzt noch händeringend, händeringend meine Bestellung, die schon im Warenkorb ist, bis zum 1. nächsten Januar zu verschleppen, damit ich dieses Jahr nicht ein neues System beginne, sondern erst im nächsten. Naja, hast ja nur noch ein paar Tage, also von daher. Gott sei Dank. Aber was ich geil fand an Daniel Sprachnachricht war einfach, er hat trotzdem, dass es scheiße gelaufen ist, hat er trotzdem Bock gehabt und hat das durchgezogen, hat sich dann wirklich drauf gefreut. Geil, mein Masters of the Universe ist da und ich kann endlich mit meinen Helden aus der Kindheit als Zeichentrick auf dem Feld quasi Schlachten nachspielen. Und das finde ich geil. Ja, aber das finde ich ist auch so bezeichnend häufig für unser Hobby. Klar, es gibt immer Schattenseiten oder Sachen, die nicht so cool laufen, aber da kann man auch ganz entspannt drüber reden, weil einfach das Positive immer überwiegt, weil sonst würden wir, glaube ich, alle nicht bei diesem Hobby dabei bleiben, wenn es wirklich so super scheiße wäre. Deswegen finde ich, kann man auch ruhig mal da auch mal ruhig ausführlich drüber sprechen, ohne dass gleich der Eindruck entsteht, dass irgendwie alles kacke wäre, weil es ja offensichtlich nicht so ist. Lass uns mal weitergehen in den April hinein, weil sonst verquatschen wir uns wieder und sind irgendwann halt Dezember 2023 immer noch beim April 2022. Im April haben wir uns mal rausgesucht, da haben wir nämlich angefangen, Ranger of Shadow Deep mit Matze zu spielen, der uns da durchgeleitet hat. Das fand ich sehr cool. Und Chris war auch noch dabei. Genau. Also das waren ja insgesamt drei Aufnahmen. Einmal haben wir über Ranger of Shadow Deep, das waren insgesamt vier Termine. Wir haben, glaube ich, zweimal über Ranger of Shadow Deep gesprochen. Genau, im Podcast. Und zwei Live-Streams gemacht, wo wir das dann bei Shadespire gespielt haben. Ja, genau. Nicht Shadespire, sondern, wie heißt es? Tabletop Simulator. Talespire. Talespire, genau. Und ich finde, man muss sich mal ganz kurz vor Augen halten, was da eigentlich geschehen ist. Wir haben einen Zuhörer unseres Podcastes, der an uns herantritt und sagt, pass mal auf, Leute, dieses Spiel ist total cool. Ich lade euch dazu ein und im wahrsten Sinne des Wortes, er hat mich dazu eingeladen. Also ich habe dann bei Steam halt dieses Spiel von ihm umsonst bekommen, einen Zugangsgrot dafür. Und dann haben wir das gespielt und er hat das als Game Master gemacht. Das ist stellvertretend für das Beste, was es in diesem Hobby gibt. Nämlich, dass du Leute kennenlernst, die einfach unglaublich zugewandt, nett und freundlich sind, mit denen du zusammen Spaß hast. Es ist genau der Grund, warum man aus dem einsamen Hobbyzimmer heraustritt in die große, weite Hobbywelt und sich mit anderen Leuten verknüpft und vernetzt. Um diese Erlebnisse, diesen sozialen Umgang zu haben, mit tollen Erlebnissen. Natürlich gibt es auch die Schattenseite. Wie für mich in diesem blöden, bescheuerten Laden in Koblenz oder für Phil mit den Leuten in der Diskussion, ich weiß sogar, welches Thema wahrscheinlich da betroffen war. Wenn du Leute triffst, dann ist das nicht immer nur nett, dann ist das manchmal auch scheiße. Aber eben nur manchmal. Und meistens ist das super und manchmal ist das ganz hervorragend. Und ganz hervorragend war das, was Matze hier gemacht hat. Und ich hab da einen Riesenspaß gehabt mit meinem Charakter Irene Carrington und bei dem Gail den Huhn. Und ich sag noch mal ganz kurz, es ist ja Dr. Irene Carrington, eine Dame von Welt, die ja mit einem angeschärften Klappsparen kämpft. Das ist so geil gewesen. Also wenn ihr noch mal sehen wollt, was wir da gemacht haben. Wir haben das bei uns auf dem YouTube-Kanal, haben wir das natürlich für euch noch mal hinterlegt, glaube ich. Meine ich. Wenn nicht, dann tut mir das leid. Aber ich glaube, wir haben das wirklich für euch gemacht. Schaut da einfach mal rein. Das war absolut abgefahren. Das hat echt Spaß gemacht. Also soweit ich weiß, gibt es dieses Video auf jeden Fall auf YouTube. Und was ich ja auch bezeichnend finde, was noch mal dafür steht, wie geil Rangers of Shadow Deep ist, der im April hab auch ich mich sehr im Detail mit Rangers of Shadow Deep beschäftigt und gebastelt und gespielt. Während ihr das quasi online gemacht habt, habe ich hier, ja, die ersten paar Szenarien nachgebaut, mehr oder weniger. Ja, nicht nur das. Du hast ja auch ein bisschen technisch aufgerüstet, um deine Minis zu bemalen. Ja, also im April habe ich mir dann eine Airbrush zugelegt, was bei mir mini-bemaltechnisch noch mal alles geändert hat. Alleine das Thema Grundieren, weil das Ding ist, ich hasse es, mit so einer Sprühdose rausgehen zu müssen und da dann meine Minis zu grundieren. Das habe ich von Anfang an, das war für mich von Anfang an das Allerschlimmste. Und mit der Airbrush ist das irgendwie, klar, es dauert länger, aber es ist nicht mehr so ein Problem. Und dadurch konnte ich meinen Output auch massiv erhöhen. Ja, guck mal, ich bin genau der gegenteilige Typ, ne? Also ich habe es auch versucht mit der Airbrush zum Grundieren mit den Minis, aber ich bin dann einfach so, wo ich mir sage, das alles aufbauen und dann hier und sauber machen und was weiß ich nicht was. Da habe ich lieber eine vernünftige Schicht aus der Dose auf der Mini drauf und freue mich und setze dann mit der Airbrush noch irgendwelche Highlights. Aber ist doch cool, wenn du dann mal klarkommst, Phil. Damit komme ich richtig gut klar. Hauke, hast du auch eine Präferenz, was das Grundieren angeht? Also ehrlich gesagt geht es mir genauso wie Pi, wie ich. Der Aufriss, die ganze Airbrush im Prinzip hier aufzubauen und dann sauber zu machen und alles, was dazu gehört, es dauert im Prinzip länger, als den ganzen Kram zu nehmen, rauszugehen, in den Garten und fertig. Man muss allerdings auch die Umstände sehen. Also Piwi und ich gehen halt in den Garten und sprühen da halt wie die Irren rum. Piwi, gehst du überhaupt in den Garten oder machst du das oben unter dem Dach? Ich mache es immer bei uns im Schlafzimmer, aber am besten immer, wenn meine Frau noch Nachtdienst hatte oder sowas, dann komme ich da mit der Rattelkerne um die Ecke. Genau. Dann schläft die länger. Es ist nicht ohne Cologne, es ist nein, oh, ihr recht. Aber Phil, wenn ich das richtig Erinnerung habe, du wohnst ja in einem relativ hohen Mietshaus, also was heißt hohen Mietshaus, du wohnst oben in einem Mehrfamilienhaus und du müsstest auch runtergehen, also quasi, ich glaube, vier Stockwerke runter und dann im Garten der Mietergemeinschaft irgendwie rumstehen, oder? Genau, genau, also in der Öffentlichkeit mehr oder weniger rumstehen. Ja, das würde mir auch voll auf den Sack gehen, das weiß ich auch noch früher, da habe ich keinen Witz, da habe ich auch, also ich habe da in Hamburg in der Nähe vom Stadtpark gewohnt und, ich kann so erzählen, der Tischballstraße, falls das jemandem sagt, irgendwas was sagt und auch im vierten Stock und ich hätte exakt auch vier Stockwerke runtergehen müssen und hätte dann im Vorgarten der Straße in Bambeek-Nord gestanden, draußen zwischen den Leuten mit Bierdosen hätte ich dann die Figuren angesprüht. Da hätte ich mir auch keinen Bock drauf gehabt. Kein Witz, ich habe das am offenen Fenster in der Küche gemacht. Also das war vielleicht auch nicht das Klügste, aber so war es halt und nee, hätte ich damals auch auf jeden Fall mit der Airbrush gemacht. Heutzutage, aber jederzeit immer Sprühdose, würde ich immer vorziehen. Ja, vermutlich würde sich das bei mir auch ändern, wenn sich diese, wenn sich die Wohnverhältnisse ändern würden. Gehen wir in den Mai, würde ich sagen und zwar ist mir da plötzlich One-Page-Rules aufgefallen, wo ich heute ehrlich gesagt mein Hobby-Highlight des Jahres setzen möchte. One-Page-Rules ist der absolute Shit für mich gewesen. One-Page-Rules hat mich dazu wiedergebracht, mich so ein bisschen mehr in so Richtung Warhammer 40.000 zu bewegen, meine Minis rauszuholen, dann natürlich das Interview mit den Mingas, wo wir uns dann unterhalten haben über One-Page-Rules und das hat mich so angefixt, meine ganzen Armeen wieder nehmen zu können, die nicht irgendwo jetzt in einer Tasche verstauben müssen oder in einer Kiste verrotten oder irgendwie sowas, sondern diese Figuren einfach zu nehmen, mit einem sehr, sehr schlanken Regelwerk auf den Tisch zu stellen und einfach zu spielen, ohne dass ich jetzt ein Sonderheft kaufen muss, ich muss mir fünf Codex-Erweiterungen kaufen, ich brauche den aktuellen Codex und keine Ahnung was alles, und am besten noch das Kaugummi-Papier unter den Schuhen von irgendeinem GW-Mitarbeiter, sondern wirklich eingedampft, sehr konzentriert, einfach nur spielen und eine geile Zeit haben und das für quasi, ehrlich gesagt, für Umme, also One-Page-Rules ist immer noch kostenlos, aber ich habe dann einfach gesagt, dieses Projekt muss unterstützt werden und seitdem bekommen die halt auch von mir über den Patreon jeden Monat Geld in den Rachen geworfen, man muss es einfach so sagen, wie es ist, weil sie es einfach verdient haben. Das fand ich einfach mega geil, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mein Hobby-Highlight des Jahres 2022. Ich erinnere die Aufnahme mit Michael Megers auch noch wie gestern, die war für mich auch herausstechend, also zum einen war er ein sehr angenehmer Gesprächspartner, aber er war, und das merkte man ihm wirklich an, auch absoluter Profi halt, also er bewegt sich ja dort nicht auf Hobby-Turner, sondern wirklich im beruflichen Umfeld und das war, das war alles sehr cool und ich denke auch, es gibt ja immer so Strategen, die, die dann so Sachen propagieren, wie halt, ist ja eine totale Frechheit hier mit One-Page-Schules, das sind ja sozusagen die Parasiten des 40.000, die Games Workshop, die sauer verdienten drei Cent klauen, und wenn man sich das mal genau anguckt, ist Piwi das beste Beispiel dafür, dass es eigentlich exakt nicht so ist, es ist vielmehr eine Win-Win-Situation, ohne One-Page-Rules würde Piwi schlicht und ergreifend gar kein 40k spielen und gar keine Figuren kaufen, das heißt, nur durch One-Page-Rules kriegt Piwi überhaupt noch den Fuß wieder in die Tür und sagt halt, okay, habe ich doch noch Bock drauf und dann hast du ja auch ordentlich was gekauft, für deine Zinschleute zum Beispiel, also ja schon ein müder Euro geflossen und das zeigt einfach, dass es zum einen Gitano, dass es für den gut ist mit OPR, aber auch für Games Workshop, weil die tatsächlich dadurch ja noch Marktanteile dazu gewinnen, nämlich die Leute, die sie schon komplett vergloren hatten vorher eigentlich. Und wenn man mal so wirklich hört, natürlich ist unsere Podcast-Community, die jetzt besteht aus den Podcastern und den Zuhörern, sicherlich auch eine eigene soziale Gruppe, die wahrscheinlich im Rahmen von Altersdurchschnitt und so irgendwo doch eher homogene Züge hat, aber innerhalb dieser sozialen Gruppe und das ist die einzige Gruppe, die ich beurteilen kann, ist klar zu erkennen, dass OPR echt der Burner ist. Also wirklich, ich kenne niemanden, der ernsthaft sagt, One-Page-Rules ist scheiße, sondern alle sagen, das ist total geil und bringt mich dazu, wieder Figuren und Armeen zu spielen, die ich schon komplett abgeschrieben hatte. Da gibt's natürlich andere Leute auch noch, die diesen Blödsinn erzählen, was ich ganz am Anfang schilderte, aber die kenne ich persönlich nicht. Von daher OPR sicherlich, was die Hobby-Materie betrifft und auch der Kontakt zu Michael, Highlight des Jahres garantiert. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, das war wirklich ein Highlight und so wie du es gerade sagtest, ich habe mir von Games Workshop Figuren gekauft, damit ich nicht 40.000 damit spiele, gut, vielleicht auch irgendwann nochmal 40.000, also wer weiß, nächstes Jahr 10. Edition, man rumort ja und man hört ja, aber richtig fix ist da ja noch nichts. Aber ich habe mir wirklich die Sachen gekauft, um damit halt One-Page-Root zu spielen. Genauso wie ich mir eine Fantasy-Armee aus dem Boden gestampft habe und das hätte ich, glaube ich, nicht ohne meinen 3D-Docker gemacht. Zumindest nicht so in dem Ausmaß, wie ich dann hier abgegangen bin, wo ich dann plötzlich meine Camry-Leute hier quasi fertig hatte oder jetzt dabei bin, meine Thousand Suns fertig zu kriegen. Also, das war für mich einfach ein Ding, das war mega geil und später haben wir uns ja gesehen, Phil, bei den Pottis, da kommen wir nachher nochmal drauf und da hast du mir das erste Mal ja One-Page-Rules quasi gezeigt und ich wusste von wegen so, das ist geil und du hast es nochmal bestätigt. Ja, das freut mich natürlich zu hören. Daher kommt ja auch die Doppeldeutigkeit von dem Rules in One-Page-Rules, ne? One-Page-Rules-Rules. Ja, das ist wirklich so. Und ich muss auch ganz ehrlich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ohne One-Page-Rules wäre der, mein Hobby-Einstieg so wie er jetzt geworden ist und dass ich jetzt wirklich so massiv da drin bin, nie so gekommen, weil für mich war von Anfang an gesetzt, dass Spielen mit One-Page-Rules stattfinden wird und schon bevor ich, sag ich mal, mit anderen Hobbyisten überhaupt Kontakt hatte, um mich zum Spielen zu treffen, war das für mich irgendwie so gesetzt und das hat mich von Anfang an ganz massiv motiviert, in dieses Hobby so einzusteigen, wie ich jetzt da drin bin. Also ohne One-Page-Rules wäre das vielleicht nie dazu gekommen. Naja, und es lädt ja auch ein, es lädt ja auch wirklich alle Spielenden da draußen ein, ihre eingemotteten Figuren rauszuholen, sich diese Seiten auszudrucken, aufs Tablet zu laden, kurz die Regeln durchzulesen und zu sagen, so komm, wir spielen jetzt einfach, ne? Also angefangen von Grim Dark Future über die Warhammer Fantasy Variante, sogar ja bis hin zur Battlefield Gothic Variante. Die decken ja alles ab, was du brauchst und das finde ich absolut abgefahren. Immer mit den im Prinzip ja gleichen Grundregeln. Da ist ja nichts irgendwie plötzlich anders drin. Was ich wirklich bezeichnend finde, ist halt, wenn ich das richtig erinnere und habe, Piwi, hast du dir für ein OPR-System Games-Workshop-Figuren gekauft und für ein Games-Workshop-System OPR-Figuren ausgedruckt. Richtig. Und das ist ja ein Geben und Nehmen zur gleichen Zeit. Und ich glaube, das ist beispielhaft dafür, was wir zur Zeit innerhalb der Community erleben. Und zwar, dass weite, also nicht alle, aber dass weite Teile der Spielerschaft sich in gewisser Art und Weise emanzipieren. Dass wir nicht mehr sklavisch an einem monolithischen Spielsystem eines Wirtschaftsunternehmens hängen und sagen halt, es muss Games-Workshop sein, es muss Games-Workshop sein, es darf nichts anderes sein. Das wird aufgebrochen. Und zwar aus meiner Sicht mit OPR in einer brachialen Art und Weise, weil es einfach so simpel und offenkundig so gut ist, dass sich fast niemand mehr davor verschließen kann halt. Es gibt natürlich Fanboys, die sagen halt, nein, das geht überhaupt gar nicht und so weiter und so fort. Ja gut, dann müssen die halt mit ihren massiven Regelwerken leben und sollen sich dann drüber ärgern, wenn sie den ganzen Scheiß nicht finden. Das ist dann deren persönliches Problem, damit müssen die halt leben. Aber alle anderen, die sagen halt, ich hab keinen Bock mehr für drei Spiele im Jahr 800 Regelbücher zu studieren, ich spiel jetzt einfach OPR, ist das einfach ein Gottesgeschenk. Denn du kannst ja tatsächlich den Hintergrund, du nimmst das beides aus den besten Welten, die besten Figuren, den besten Hintergrund mit den besten Regeln halt. Du verbindest es und hast einfach Spaß. Und das Diktat eines Unternehmens ist eigentlich irrelevant geworden halt. Und das finde ich stärkt das Hobby und die Möglichkeit daran Spaß zu empfinden. Und da passt nämlich auch eine weitere Einsendung, die wir per E-Mail bekommen haben vom lieben Andi beim Imperator nichts neues Podcast. Der hat uns nämlich auch nochmal eben eine Nachricht geschickt. Die haut fast so in dieselbe Kerbe mit rein. Ja, moin, liebe Dysonauts. Hier ist Andy von Balm-Imperator nichts Neues. Ja, sorry für das nasale Sprechen. Ich versuche da gerade mit einem Glühwein gegenzuarbeiten. Ihr wolltet Hobby Highs und Hobby Lows des Jahres 2022 wissen. Ja, fangen wir mit den Highs an, oder? Also ein absolutes Highlight dieses Jahr war auf jeden Fall das OPR-Turnier, was von Tabletop-Freibeutern aus Hamburg-Bergedorf ausgerichtet wurde, wo ich auch den lieben Phil kennengelernt habe und glaube ich mein spaßigstes Tabletop-Match des Jahres hatte. Meine Lamentas gegen seine World Eaters, das hat einfach Bock gemacht. Das ist thematisch auch irgendwie cool, irgendwie Blood Angels Nachfolgeorten gegen World Eaters, das geht immer. Wir hatten eine sehr ähnliche Armee-Komposition und das war einfach ein spannendes, super faires, cooles Match. Ja, das war so mein Highlight. Spieltechnisch auf jeden Fall haben wir dann natürlich auch noch unsere Kill-Team-Kampagne, die wir in unserem Hobby-Club gerade spielen, die auch mega viel Spaß macht, Narrativ, richtig viel Story, das macht richtig Bock. Solche Sachen sind immer am coolsten irgendwie. Ja, ich bin stolzer Besitzer eines 3D-Druckers, das ist natürlich auch ein riesen Highlight und öffnet natürlich Touren in ganz neue Welten, total. ja, sonst Hobby-Lows, ja, also eigentlich finde ich, kann ich diesem Hobby immer wenig Negatives abgewinnen, aber wenn ich mich für ein Low wirklich entscheiden sollte, sind es, glaube ich, die Erkenntnis, dass ich einige Design-Entscheidungen bei Games Workshop nicht so begreife, das kann aber einfach mit meinem Alter zu tun haben, dass ich langsam einfach nicht mehr deren Zielgruppe bin und die natürlich auch mit der Zeit gehen, sicherlich auch Forschung in die Richtung betreiben und ja, mich holen da einfach viele Design-Entscheidungen überhaupt nicht mehr ab und ich klinge dann wahrscheinlich auch manchmal wie der letzte Boomer, also das ging ja mit dem Primares los, dass alles außer die normalen Truppen von denen mir überhaupt nicht mehr zusagen und gipfelt jetzt irgendwie für mich in der ganzen League auf Wotan, dass das einfach wirkt für mich absolut deplatziert und das wäre so mein Low, obwohl das glaube ich auch einfach Geschmackssache ist und es glaube ich auch viele Leute gibt, denen das total zusagt und für die ist das ja super, so, ja, euch dann noch einen schönen Jahresabschluss und wir freuen uns auf ein sehr hobbyreiches 2023. Tschüss. Ja, guck mal Phil, siehste, OPR verbindet Menschen, das geht wirklich runter wie Butter. Das glaube ich dir. Scheiße, ich wäre auch gerne da gewesen, echt ohne Flachs. Aber ich kann das wirklich bestätigen, also es war echt herrlich. Ja, vor allem Hauke, du als Coach noch mitgefahren bist, ne? Schön die Schultern massiert. Ja, dass beide Jungs, also ich habe das Spiel ja nun nicht, das Spiel selbst habe ich nicht mitbekommen, ne? Aber ich habe ja beide Armeen gesehen und beides waren halt Armeen, die du halt zum geilen Spieletag mitbringst und nicht zum Turnier, ne? Also das war klar zu erkennen, dass das halt Hintergrund, mit starkem Hintergrund unterliegt die Armeen war und von daher, dass das da wie Arsch auf Eimer passt, war klar halt, ne? Aber das freut mich auch zu hören, also ich weiß, ich weiß jetzt, dass Phil sich gerade wahrscheinlich mit der Bartspinze eine kleine Träne aus dem Auge mischt hat. Ich bin der absoluter, absoluter, was heißt Leidensgenosse, aber ich bin der Schicksalsgefährte von Andy. Ich sehe das exakt genauso. Weil das ja auch bei unserer Rogue-Folge gehört, ich persönlich kann den Primaris exakt 0,0 abgewinnen. Ich spiele nach wie vor Space Marines und habe auch vor, neue Space Marine Orden auszuheben und mich viel mit dem Hintergrund zu beschäftigen, aber es werden halt immer Firstborn bleiben. Also was heißt Firstborn? Es werden als Space Marines bleiben halt. Und gut ist, ich ignoriere diese ganze Sache mit dem Primaris, ignoriere ich einfach weg. Und das hat nichts mit schlechter Laune oder irgendwas zu tun, das ist einfach ganz im Ernst, es ist mein Hobby und meine Geschichte und Games Workshop schlägt mir etwas vor und wie weit ich das annehme, ist halt meine persönliche Sache und das kann jeder halten wie ein Dachdecker und darüber muss man sich halt auch klar sein, dass man nicht dazu verdammt ist, nach einer gesetzlichen Vorgabe von Games Workshop das Hobby zu betreiben und wenn man das nicht macht, dann kommt hier irgendwie einer von den Manager vorbei und beschlagnahmt die Figur. Die Hobby-Polizei kommt dann. Genau, genau, die GWG-Star wo, Alter. Und dann, das ist nicht so, du kannst in diesem Hobby machen, was du willst, du bist ein freier Mensch und das Einzige, was du halt machen musst, wo du halt Zugeständnisse machen musst, ist halt bei deinen Mitspielern, dass ihr halt da irgendwie einen vernünftigen eigenen Weg findet, den wir gemeinsam beschreiten können. Ansonsten kann ich tun und machen, was ich will und das mache ich auch und dann ist auch gut. Aber man muss sich diese Freiheit auch nehmen und wenn man sich diese Freiheit nimmt, dann braucht man sich auch nicht mehr aufregen, dann braucht man auch keine schlechte Laune zu verbreiten. Das ist übrigens einer der Vorsätze, die ich mir für das nächste Jahr gemacht habe, dass ich nach Möglichkeit, was Fantasy Battle betrifft, nicht mehr pöbel und nicht mehr mecker, sondern dass ich einfach nur noch mich darauf beschränke und erzähle, wie viel Spaß ich damit habe. Ich glaube, das ist viel sinnvoller, um dieses System zu unterstützen, als mich darüber aufzuregen, dass die alte Welt untergegangen ist. Es ist so, wie es ist und ich kann es ja trotzdem spielen und Spaß haben. Ich würde vorschlagen, wir warten mal den The Old World Release, falls er nächstes Jahr kommen sollte, ab und dann sprechen wir uns noch mal zu dem Thema. Drei Varianten sind möglich, dass ich sage, alles total super geil, dass ich in die Kiste wieder gesperrt werden muss, auf der steht, nur im Kriegsfall öffnen oder dass ich sage, ist mir alles egal, macht doch alle, was ihr wollt. Ja, ich bin sehr gespannt. Ist das schön. Ich bereite die Kiste vorsichtig aber schon mal vor. Genau, ich bemühe mich jedenfalls und gute und positive Laune. Ich glaube, gute, positive Laune und eine Kiste voller Miniaturen hatten wir dann auch dementsprechend im Mai, als wir nämlich dann über das vergangene Jahr dann schon unseren ersten Mal-Workshop quasi geplant haben, wo unser Manuel als Coach vorne stand und uns erklärt hat, wie man richtig Figuren bemalt. Was heißt richtig, in Anführungszeichen, richtig Figuren bemalt. Das war für mich ein Augenöffner. Absolut. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich dachte immer, ich bin ein guter Maler, bis ich beim Mal-Workshop. war, da habe ich gemerkt, dass ich halt in diesem Kontinuum von sehr wenig bis zu guter Maler wirklich am anderen Ende dessen bin, wo ich mich gesehen habe. Also mir war natürlich klar, dass ich kein Maler im Sinne von Heavy Metal Team oder so bin. Aber ich dachte so, für Hobby geht das eigentlich ganz gut und musste einfach feststellen, nein, meine Technik ist bemitleidenswert. Und das, was Manuel uns da gezeigt hat, war wirklich ganz großartig. Und ich knapse immer noch daran, dem irgendwie nachzukommen und dem gerecht zu werden. Aber das war wirklich, wie du sagst, ein echter Augenöffner. Ja, zumal, wir haben es ja im Vorfeld dann auch schon geplant, über, ich sag mal, ich weiß gar nicht, weil wir uns das erste Mal drüber unterhalten haben, ich glaube, letztes Jahr im November oder so ähnlich, müsste das, glaube ich, gewesen sein. Da haben Manuel und ich schon mal so die ersten Grundsteine gelegt, ne? Und als es dann so wirklich losging, so quasi die Veranstaltung zu verkünden und zu sagen so, hey, passt mal auf, das und das erwartet euch, ne? Kostet, ich glaube, 50 Euro haben wir genommen, ne? Wir haben, glaube ich, so eine Plus-Minus-Null-Rechnung nachher dann rausgekriegt. Ich habe Getränke eingekauft, ich habe Süßigkeiten eingekauft. Ich habe ein Mittagessen noch organisiert, was dann für uns geliefert wurde. Wir haben Figuren gedruckt, wir haben Bases gemacht und wir haben die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt und ich glaube, wie viel waren wir, Hauke? Zehn oder zwölf Leute? Ich glaube, mit Manuel, ich glaube, wir hatten zehn Plätze, zehn Teilnehmerplätze, da waren wir beide auch schon drin, mit Manuel waren wir, glaube ich, elf. Ja, irgendwie sowas, ne? Hätte ich jetzt auch gesagt. So, Seppo von Margot Boutato war da, mit Michelle, liebe Grüße an der Stelle, der Nerdic Painter ist da gewesen, wir haben uns den Tag vorher, haben wir uns hier getroffen, haben Bierchen getrunken, es war einfach eine ganz, ganz runde Geschichte und auch wenn Manuel jetzt heute Abend hier nicht dabei sein kann, eigentlich war die Aufnahme ja für gestern geplant, aber es gab ein paar technische Schwierigkeiten, wollen wir das, soweit ich Manuel verstanden habe, fürs nächste Jahr nochmal aufleben lassen und ich freue mich wie ein Schnitzel. Ich auch. Und ich mich erst. Ich hab's ja leider verpasst. Ich glaube, ich habe ein oder zwei Tage bevor der My Workshop war, die erste Dice Notes Folge gehört oder so und dann das auch in den sozialen Medien mitbekommen, hab ich mich so geärgert. Aber so ist das manchmal im Leben. Ach, hättest du dir eine E-Mail geschickt oder irgendwie sowas, hätte ich bestimmt noch ein Plätzchen gefunden für dich oder so. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, nächstes Mal auf jeden Fall. Nächstes Mal bin ich definitiv dabei. Hauke, gehen wir in den Juni rein, denn da hattest du eine grandiose Idee, die aus Warhammer Fantasy geboren wurde. Ja, alles, alles fing natürlich so wieder an, wie es bei Warhammer Fantasy Battle ist. Es fängt erst mal mit Ärger an. Hattest du so? Nein, Ärger ist völlig übertrieben. Aber, ähm, Gregor von, äh, tausend Malm Imperator respektive von Dice, äh, hatte dann, ähm, einen Beitrag gemacht mit, darum, also jetzt, ich krieg's nicht mehr genau zusammen, äh, das waren insgesamt, glaub ich, drei Folgen und das, und Quintessenz war auch so ein bisschen, darum war die Old World hintergrundmäßig halt fertig. Also der, der Lore war am Arsch sozusagen, halt ging nicht mehr anders. Und als ich das gesehen hab, hab ich natürlich erst mal wieder Schnappatmung bekommen. Bis aus, bis aus deiner Kiste befreit worden quasi. Genau. Und, äh, nein, also er, er hat das, er hat das ja, er hat das ja ganz sachlich vorgetragen und alles gut. Und, äh, ich hab dann auch davon abgesehen, halt bei YouTube unsachliche Kommentare zu posten, sondern hab stattdessen halt Dennis angeschrieben und, äh, gefragt, ob Dennis und Gregor bereit wären, mal bei uns als Gäste aufzutreten, damit wir das Ganze mal, halt mal ein bisschen beleuchten können. Ob es wirklich so ist, ähm, mit dem Boah und Malor, dass die da eigentlich am Ende waren, am Ende dessen was, was, was ging. Und da haben wir eine schöne Aufnahme gemacht mit den beiden. Äh, denke ich auch noch wirklich gerne daran zurück. Hat mir ganz viel groß Spaß gemacht. Und, äh, wir kamen eigentlich alle so zum, zum Ergebnis, dass, dass die Hintergrundgeschichte in der schwierigen Ecke war. Und, äh, aber man muss ja auch nicht immer einer Meinung sein. Fand ich ganz großartig. Gleichwohl. Und das war ja der Aufhänger. durch diese Aufnahme hab ich persönlich da wieder so viel Bock gehabt, dass ich sagte, alles klar, ich mal jetzt eine Warmer Fantasy Battle Ami an. Und zwar meine Unto. Die hol ich jetzt vom Pile of Shame und mach die fertig. Auftritt Sali von den Table Poddies. Der dann sagte, halt, komm, hier, wir machen daraus, wir machen daraus jetzt eine Challenge. Und, äh, die Details kann man ja in den entsprechenden Dice und Arts Folgen dann auch noch neu nachhören. Das möchte ich jetzt nicht alles wieder hier rekapitulieren. Das kennt der geneigte Hörer ja alles mittlerweile jetzt auch in- und auswendig. Aber daraus ist dann unsere erste Community Challenge geworden, die dann auch wirklich bis Anfang Dezember lief. Und, äh, für mich ganz großartig war. Und wir werden dem auch garantiert einen nachsetzen. Also ich, ich habe eigentlich fest vor, ohne das jetzt mit euch groß besprochen zu haben, aber ich glaube, da hat keiner was dagegen, dass es auch Rank and File 23 geben wird. Und dann müssen wir mal gucken, was passiert. Ich wollte gerade sagen, wenn man auf den Discord guckt, ne, da ist immer noch Leben drin im Channel. Da sind immer noch noch Leute dabei, die posten aus vielen verschiedenen Systemen und, äh, Zeitgeschichten ihre Armeen. Und das ist einfach nur abgefahren. Also von daher, okay, da stimme ich dir zu. Äh, Rank and File 22 wird zu Rank and File 23. Das sollten wir beibehalten. Genauso wie Hashtag Lanzenbrechen für unsere Battletech-Geschichte. Wer ist denn das, der heute oder gestern noch auf dem Discord geschrieben hat, dass er wie ein Irrer malt, um dieses Jahr noch fertig zu werden halt? War das Depletor? Oder? Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Depletor. Ja. Der seine, der, der bemalt die, ähm, für, für, ähm, na, dieses Game of Thrones-Spiel. Wie heißt das jetzt wieder? Song of Ice and Fire. Genau, genau. Die, die Armee mit den, mit den, äh, ja, Barbaren oder was das ist? Die Wildlinge, genau. Die Free Folk. Wildlinge, genau. Barbaren. Das ist ja auch schön. Von Barbaren zu Wildlingen. Free Folk, ja, alles klar. Im Endeffekt ist das so dasselbe. Ja. Aber erstmal dicken Shoutout an die Leute da draußen, ne? Also so wie, wie Zinnsoldat, wie Depletor zum Beispiel, ne? Also was die alles da zeigen, äh, noch ganz viele andere dabei. Ich will jetzt nicht alle Namen nennen. Äh, geiler Scheiß. Wirklich. Wirklich geiler Scheiß. Ja. Also lassen wir das einfach mal, ähm, äh, bis ins nächste Jahr laufen, Hauke. Finde ich eine schöne Geschichte. Sollten wir auf jeden Fall dann weitermachen. Denke ich auch. Okay. Okay, gehen wir weiter in Juli. Unbedingt. Weil, da haben die Dice and Outs nämlich Nachwuchs gekriegt. Es ist zwar ein, es ist zwar ein, ein schon älterer Nachwuchs und der hat einen Bart, aber, ähm, im Prinzip, ähm, trotzdem Mücken. Ne? So. Ja, Phil, dann bist du dazu gekommen. Ja, ja, total. Also, auch wieder, äh, ganz bezeichnend wie der Schlamm geborene Uruk-Kai. Äh, ich werde, äh, ich werde auf den Discord eingeladen, hey, lass doch mal, lass doch mal eine Runde malen und auf einmal drückt der Pivi auf Aufnehmen und dann, dann wusste ich gar nicht, wie mir geschieht. Da war ich auf einmal, äh, Mitglied der Dice and Outs. So, so, so kann's gehen halt, ne? Und, äh, eine Woche, ja, eine Woche später, genau, hat, hat Pivi mich dann gefragt, ob ich nicht offiziell mit dabei sein will und, äh, schon, schon war ich, äh, schon war ich, wurde ich auf die Station gebeamt und, äh, wurde in die Jeffries-Röhre verdonnerst. Ich hab das wie so ein Neandertaler gemacht, weißt du, der hat, in der Nachbarhöhle hat er eine hübsche Frau gefunden, ne, ist rübergegangen mit der Keule, zack, eine rübergezogen und hat sie an den Haaren in seine Höhle geschleppt, so nach dem Motto, ne? So, und jetzt bist du da. Ja, genau. Ah, supergeil. Jetzt bin ich da. Ja, supergeil. Naja, also wirklich eine, eine ganz, ganz tolle Bereicherung für uns, ähm, oder für, für das gesamte Team hier, muss man ganz ehrlicherweise sagen, also, ähm, von daher, ich, das ehrt mich. Finde ich, finde ich ganz cool, ja doch, das finde ich ganz cool, ne? Also nicht nur, dass du dann auch Folgen geschnitten hast und, äh, die dann vorbereitet hast, was dann einem schon mal Arbeit abgenommen hat, nein, auch so das ganze drumherum und so, das passt schon, glaube ich, jetzt mittlerweile echt wie Arsch auf Eimer. Auf jeden Fall. Ich fühl mich auch sehr wohl. Das ist schön. Sehr gut. So, genug Gelobhudel-Dite hier, das, äh, sonst fangen wir noch an zu weinen hier oder so, also lassen wir das. Weinen musste ich so ein bisschen so in Richtung August, weil ich hab gedacht von wegen so, Age of Sigmar kann kein so schlechtes Spiel sein und daraufhin hab ich mich ja eingelassen und hab einfach mal gesagt, ich teste einfach mal Age of Sigmar an, ich hab ihn mal in der Box gekauft und ich habe, äh, ein, zwei Sendungen, glaub ich, gemacht, wo mir ein bisschen so Age of Sigmar nahegebracht wurde und, ähm, ja, könnt ihr auch nachhören, äh, schaut einfach mal rein in die Folgen, da findet ihr das auch und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, doch, einige Sachen finde ich dann gar nicht so verkehrt. Ähm, und unterm Strich einfach nur gesagt, erweitert euren Horizont und fangt nicht immer gleich an abzulästern, sondern versucht euch ein bisschen einzuarbeiten und dann kann man immer noch sagen, nee, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Also von daher, alles, alles cool. Das war der August. Das war sonst ein bisschen Hobby-Sommer-mäßig so ein bisschen lahm, hätte ich jetzt fast gesagt, ne, wenn wir so mal so in diesen Bereich reingucken, ne, Juni, Juli, August war, glaube ich, für alle so ein bisschen eher, so ein bisschen Hobby-Pause, ne? Wenn man mal so recht nimmt. Bei mir auf jeden Fall, da das genau die Zeit war, wo ich dann, äh, überraschend auf einmal zwei Umzüge an der Backe hatte und da war mit Hobby nicht mehr viel anzufangen. Ja, ist auch vollkommen, vollkommen verständlich. Aber dann im September, da ging's ab, weil ihr beide seit dem Jahr bei den Tabletop-Freibeutern gewesen, habt da One-Page-Rules-Turnier gemacht. In der Tat. Deswegen war bei mir der August auch gar nicht so ruhig, wie man jetzt vielleicht, äh, denken würde, weil ich da wirklich, äh, quasi durchgerusht meine, äh, meine Armee fertig gemacht hatte. Die war dann quasi pünktlich, ähm, Anfang September zum, ich glaub, einen Tag vor dem Turnier hatte ich die Armee dann fertig. Deswegen hat die auch noch gut ausgedünstet. Ausgedünstet, ja. Und, ja, das war durch das Balsam-Terpen-Team, was ich da benutzt hatte, das war, war nicht so die beste Idee, die ich hatte. Aber trotzdem gut funktioniert und, ähm, ja, also, nachträglich, ich hatte ja schon gesagt, was eigentlich so meine Highlights waren, aber das war wirklich, äh, ja, ähm, hat so das, richtig nochmal so das Feuer zum, zum Teil des Spielens, des Hobbys quasi bei mir entfacht, der vorher immer nur so ein bisschen, das war immer nur so eine leichte Glut, äh, aber mittlerweile, ähm, auch gerade durch das Turnier bei den Freibeutern und auch die Leute, die da waren und dass es dann auch noch zum Charity-Event für Dennis umgemünzt worden ist, einfach spontan aus der, aus der Not heraus, sag ich mal, das war einfach alles so cool und so, ähm, ähm, wie sagt man neudeutsch, wholesome, dass, dass, dass ich da einfach, äh, ja, nur, nur, nur in reiner Begeisterung von, von, von schwärmen kann. Also für, 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 für mich, ähm, da muss das auch, ich greife jetzt mal hier das Buzzword auf mit wholesome, ähm, wirklich mal ganzheitlich sehen, ne? Für, für mich war ja Hobby, lange Zeit bestand ja darin, alleine in einem Zimmer zu sitzen und da, äh, vor mich hin zu muckeln und da einfach Figuren anzumalen und mit niemandem zu sprechen und, äh, wenn's hochkam, mal meiner Frau irgendwas zu zeigen halt, ne? Also jetzt Figuren meine ich halt. Und, ähm, irgendwann dachte ich halt so, nee, das, das kann's ja nicht sein, ne? Hobby, Hobby besteht ja auch aus, aus Austausch und ist ja auch irgendwie ne, wie ne soziale Angelegenheit. Ähm, da kannst du ja, das kannst du ja nicht einsam betreiben. Das ist letztendlich nicht gut. Und, ähm, da ich aber hier den, damals in Hannover, so ein bisschen den Anschluss an die örtliche Hobby-Szene verpasst habe, ähm, hab ich dann gedacht, ja gut, dann, dann, dann fängst du jetzt anders an, ne? Und dann bin ich ja an Piwi herangetreten und, äh, bin dann ja sozusagen in die, in die Content-schaffende Szene erstmal eingestiegen und hab da ja meine, meine, meine Kontakte erstmal über die Dice-Anouts, ähm, geknöpft. Und das war im Jahre 21 und, äh, dieses Jahr, ist es dann halt so weit gekommen, dass ich dann ja nicht nur beim Mal-Workshop teilgenommen habe, sondern auch dann das erste, erste Turnier wieder mal besucht habe und einfach wieder neue Leute im Hobby kennengelernt habe. Und das fand ich ganz hervorragend. Und gerade die Leute, und das ist jetzt im Prinzip der logische Gedanke oder auch die Fortführung des Gedanken, die ich damals hier im April zu Matze sagte, ne? Die absolute Vielzahl der Menschen, die du kennenlernst im Hobby, sind einfach großartige Leute. Echt unglaublich. Ähm, wenn ich noch, wenn ich noch an Franklin denke, der eigentlich gar nicht Franklin heißt, äh, fühle ich mich heute noch wohl da auf der Terrasse bei dem Tabletop-Freude. Und, ne? Mal ganz davon abgesehen von den anderen Jungs, mit, mit denen wir hier die Auftabe dann später gemacht haben. Mit Band und Konsorten, ne? Also, wirklich ganz, ganz coole Leute und, äh, das ist halt auch in gewisser Art und Weise mein Hobby-Highlight, ne? Also, dass, dass man einfach nette Leute kennenlernt, mit denen man gemeinsam über das Hobby sprechen kann und sich austauschen kann. Ganz großartig. Ja, super geil. Ähm, Hauke, ich denke mal, dann wird dir das, was ich dir jetzt vorlese, äh, wird dir wahrscheinlich auch so ein bisschen runtergehen wie Öl, weil der Philipp, aka der Tom aus der Schweiz, hat es geschafft, eine E-Mail zu schicken, die über die Ländergrenzen hinaus quasi in mein Postfach gespült wurde und die lese ich euch jetzt einfach mal vor. Hallo, liebe Dysonauts. Eurem Aufruf folgend möchte ich an dieser Stelle mein Hobbyjahr 22 Revue passieren lassen. 2022 war für mich seit langem wieder mal ein sehr produktives Hobbyjahr. Ich kam vermehrt zum Malen und habe mein persönliches Ziel, die Kill-Team-Octarius-Box komplett fertigzustellen, beinahe erreicht. Es fehlen noch zwei, drei Geländestücke und ein Teil der Orks. Bei diesen bin ich aber zuversichtlich, dass es bis zum Jahresende reichen wird. Wir sind übrigens gespannt, eben Offside, ob du das geschafft hast, Tom, weil ansonsten schickst du bitte ein Bild. Ebenso konnte ich mit meinem vierjährigen Sohn erste Gehversuche beim Modellmalen machen. Ich habe euch das Resultat in den Anhang gepankt. Sieht übrigens sehr cool aus. Dann gab es natürlich noch den Kornkuhhandel mit Hauke, der reibungslos funktioniert hat. An dieser Stelle wünsche ich ihm natürlich nochmals viel Vergnügen beim Bemalen der gefühlten zwei Kilo Zinn. Ansonsten tätigte ich keine Transaktionen im Hobby. Die Duncan Rhodes-Farben zählen noch ins Budgetjahr 2021, obwohl die Lieferung erst Mitte 22 eintraf. Ich für meinen Teil habe nebst verschiedenen Podcasts, Discord-Servern und YouTube-Kanälen stellenweise fühlte ich mich wie Kolumbus im Internet. Ich entdecke Sachen, die Tausende schon kennen, die Airbrush ausprobiert und bin nun fleißig am Üben. Mal schauen, wann ich mich an eine Miniatur wage. Gespielt habe ich, außer ein paar Solo und Verständnisrunden Kill-Team, nichts. Dies steht bei mir aber auch im Vordergrund, da mein Hauptaugenmerk beim Malen und Basteln liegt. Dies wäre dann mein Jahr 2022 in etwa gewesen. Euch allen nochmal vielen Dank für die spannenden Stunden mit dem Podcast. Macht genau so weiter. Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit, die hatten wir, frohe Weihnachten, hatten wir auch und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das kommt noch. Herzliche Grüße aus der Schweiz, der Tom aka Philipp aka Es ist kompliziert. Ja, herzlichen Dank erstmal und Tom, das wünsche ich dir auch. Ehrlich, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt wieder anfangen soll. Es ist aus meiner Sicht immer schwierig, immer schwierig, Sachen zu erzählen, die ich schon in der anderen Folge erzählt habe. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass nicht jeder Hörer jede Folge gehört hat. Ich muss mal ganz kurz darauf zurückkommen. Im Jahre 21 habe ich bei den Royal Fantasy Battle Folgen gesagt, dass ich dieses eine Modell, nämlich gerne den, also als wir über Fail Cars gesprochen haben, sagte ich halt, dass ich diesen Korn-General auf Juggernaut aus Metall gerne hätte. Es gibt den zwar noch aus Resin, aus Resin, oder gab es damals aus Resin, aber den brauchst du gar nicht kaufen, der ärgerst dich ja nur wenn du den zusammenbaust oder versuchst zusammenzubauen. So und dann hat Tom das irgendwann später mal gehört und hat mich dann gefühlt nach einem Jahr, also das muss ja ungefähr ein Jahr später gewesen sein, angeschrieben und gesagt hat, hier pass mal auf, ich hab den noch, ich würde ihn dir gerne verkaufen. Er hat mir wirklich für einen wirklichen Freundschaftspreis verkauft aus der Schweiz. Nicht nur, dass ich mich sehr darüber gefreut habe, dieses Modell zu haben und so einen netten Hörer zu haben, der da an mich gedacht hat, aber das Erlebnis beim Hauptzollamt war auch einfach grandios. Als ich bei der Zollbeamtin stand und sie sagte, ja was ist denn da drin? Und ich sage, ein Korn-General und sie sagt, wie jetzt? Und dann sagte sie, ja was ist denn das? Ich, ja das ist, kennen Sie D&D und sie guckt mich an? Nein. Ich sage, ja gut, das wird jetzt schwierig zu erklären halt. Und dann sagte sie, ja machen Sie es mal auf halt. Und dann machte ich das auf und sie sagte, was ist denn das? Und ich sagte, ja hier, nahm dann so die Teile, steckte die so aneinander, sag hier ist zum Zusammenkleben eine Figur. Ja, gut. Haben Sie eine Rechnung? Ich sage, nee, aber hier, ich kann die Chicken hier zeigen, was ich überwiesen habe halt. Und dann war auch gut. Dann wurde ich aus den Fang, aus den Fang des Zolls entlassen und war einfach nur froh. Das war auch ein ganz tolles Erlebnis. Und Tom, ich werde ihn bemalen, sobald ich dazu komme. Aber Rank and File ist mir da wirklich inzwischen gekommen. Super geil. Okay. Ich würde mit einer weiteren Sprachnachricht weitermachen und die ist von einem Discord-Mitglied von uns, der relativ viel bei uns im Paint Hub abhängt und das ist der Marcel aka der Troll. Ja, der Troll hier. Ja, die drei dicksten Dinge im Hobbybereich 2022. Kommt für mich aus dem Bereich Miniaturen bemalen. Wir haben auf unserem Twitch-Kanal, also Live-Bemalung von Miniaturen die tausend-Follower-Marke geknackt. Dann auf Platz 2 war dann Grebo Games, die uns dieses Jahr vorab zum Kickstarter ihr neues Team zur Verfügung gestellt haben zum Bemalen. Und damit kam dann für mich auch der Burner für dieses Jahr. Grebo Games möchte dann auch seine Collaboration mit uns fortführen. Das heißt, wir dürfen weiterhin für diese Leute noch nicht releasete Miniaturen bemalen. Ich finde es total geil. Dafür, dass man das nur als Hobby betreibt, ist schon echt krass. Schlechte Sachen muss ich ehrlich sagen, gab es dieses Jahr irgendwie nicht. Neuer Arbeitsplatz, neues Dies, neues Das, neues Jenes. Eigentlich ist es alles geil. Und ich hoffe, im Jahr 23 machen wir so weiter. Bis dann. Ja, ich würde sagen, wir machen wirklich so weiter wie 2022. Machen wir auch in 2023 so weiter. Genau. Sehr geil. Ich muss mal ganz doof fragen, wer ist Grebo Games? Die machen zum Beispiel Minis für Blood Bowl, glaube ich. So ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen? So ein bisschen knuffige Figuren. Ja. Musst du mal auf dem Discord gucken, da findest du so ein paar Sachen, die der Troll da bemalt hat. Alles klar. Ja, ich glaube, das ist auch eher so ein bisschen aus dem 3D-Druckbereich halt. Ja, nee, aber wenn das, wenn es die Sachen vom Discord sind, dann ist mir klar, worüber es spricht halt. Ja. Ja, genau, Custom Fantasy Football Game, äh, Minagers. Ja, sowas zum Beispiel. Wie geil ist das denn, dass, dass, äh, man da auch mal so ein, also wirklich verbrieftes, positives Feedback hat, ne? Dass halt andere Leute halt sagen, pass mal auf, ähm, wir schätzen deine Arbeit so sehr, dass, dass wir gerne möchten, dass du das für uns, für unser Unternehmen halt machst, ne? Finde ich großartig, echt. Also, das kann ich komplett nachvollziehen, dass er sich halt darüber sehr freut. Ja, ist halt so ein Geben und Nehmen, ne? So, wie wir das auch haben mit unseren Partnern, So Taschengeld, die PK Pro zum Beispiel, ne? Ähm, wir haben, pflegen sehr, sehr gute, äh, Freundschaften zu denen, so, ne? Wir zeigen Sachen, ähm, die geben uns Sachen. Also, ich find, das ist genau so ein, so ein Geben und Nehmen, so wie jetzt zum Beispiel beim Troll und Grebo Games auch. Das ist, das ist einfach toll, das ist so ein bisschen so Zusammenhalt. Ich find das cool. Ja, nur dass die Sachen alle vom Käpt'n unterschlagen werden halt. Was? Das ist mein Zehnt, der mir zusteht. Niederes Gewürm. Ab in deine Jeffress-Röhre und mach doch sauber. Supercool fand ich übrigens auch, dass wir dann angefangen haben, äh, den Oktober quasi zu starten, auch mit unserem Hashtag, äh, Lanzenbrechen, quasi Battletech, ne? Aufzubauen, so, bemalt alles das, was ihr wollt für Battletech, lasst uns drüber quatschen. Das Spiel so ein bisschen wieder in den Vordergrund holen und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hab so das Gefühl gehabt, dass Battletech, ähm, in diesem Jahr einen, einen Raketenhaften Neustart hingelegt hat. Es ist wie ein, wie ein Gigant, der langsam erwacht. Ja, oder? Also, langsam ist ein wahres Wort, auf jeden Fall, wenn ich überlege, dass ihr schon im Februar damit angefangen habt, wo, wo ich das ja auch noch gar nicht auf dem Schirm hatte und wir dann erst, ähm, eigentlich erst im Oktober dann mit Lanzenbrechen begonnen, haben, ähm, ja, habt ihr auch ordentlich viel Geduld bewiesen dafür, dass ihr Hobby-Schmetterlinge seid. Aber das finde ich bei Battletech eigentlich ein relativ cooles Teil, weil du einfach das sehr, hm, wie soll ich sagen, sehr, 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 sehr langsames Spielerlebnis hast, ne? Du, du musst nicht an, an, an fünf Fronten gleichzeitig kämpfen, so nach dem Motto, sondern du bist sehr konzentriert, du sitzt da, alles ist cool, alles ist ruhig. Da sind wir wieder bei entschleunigt, oder was meinst du jetzt? Genau das Wort suchte ich. Ich glaube, suchte ich in der letzten Folge, wo wir über Battletech gesprochen haben, auch schon. Ein sehr entschleunigtes Spiel, genau so ist es. Und dann haben wir uns ja, ähm, bei den Table-Pottis dann getroffen, wo ich dir dann so ein bisschen quasi den Einstieg mal in Battletech gezeigt habe, also in Classic Battletech. Ja, das war auch echt cool, wobei ich ja ehrlich sagen muss, dass ich mir, ähm, den Table-Pod-Treff tatsächlich, ähm, anders vorgestellt hatte, als er dann tatsächlich war. Und zwar? Wie? Ja, also, in meiner Fantasie, sag ich jetzt mal, war der Table-Pod-Treff, weißt du, so ne, du kommst da in so ne riesige Halle, und hörst quasi schon die ganzen, genau, und hörst quasi schon so von draußen, so das, das, äh, Gelächter und den Spaß der Spielenden und das ist ein riesen Ding, so, so, so hab ich mir das wirklich vorgestellt und, ähm, dass das dann einfach nur so ein 30, 20, 30 Quadratmeter Raum war, äh, damit hab ich echt nicht gerechnet, also ich fand's mega cool und es war schön heimelig da, aber ich hab's, ich hab echt, äh, so von den Erzählungen, was ich aus dem Podcast und so gehört habe, echt, äh, also von den Table-Pottis, ich, ich hab irgendwie, ich weiß auch nicht genau, ich hab irgendwie den einen, die Erwartung gehabt, dass das da ein riesen Ding ist, also, aber es war trotzdem, also es war überraschend, aber trotzdem sehr schön. Wie du gerade gesagt hast, ne, es war sehr heimelig und genau so fühlte ich mich, du kamst rein und du hast überall Leute gesehen, die, die sich wirklich dann an den zusammengeschobenen Tischen dann ihre Sachen aufgebaut hatten und, äh, Fabi zum Beispiel spielte gerade dann halt eine Runde Malli vor, ich fand's total cool, Kaffee trinken, da sitzen, schnacken und, äh, abends noch essen mit Mattes, ähm, das, das machen wir wieder, also ganz ehrlich, allein schon wegen dem Schnitzel dann abends. Quadratmeter Schnitzel. Oh ja, das war geil, ey. Da hast du echt was verpasst. Da hast du echt was verpasst. Ja. Mega. Also sowohl das Spielen bei den Bottis, das war echt der Burner, als auch dann namens das Essen, ne? Aber, nein. Ja, definitiv. Ja, und es war auch so, es war auch so schön, dass die Leute alle so offen waren und dann hat sich ja gleich noch ein komplett fremder Mensch, den wir vorher noch niemals gesehen oder mit dem wir jemals gesprochen hatten, hat sich dann einfach zu uns gesetzt und dann mit uns, äh, One-Page-Stools einfach mitgedaddelt eine Runde. So, so, genau so ist es da halt einfach, ne? Einfach nur cool und nett. Aber so geht Community, finde ich. Da kommt jemand hin, weiß, und sagt, ja, was ist das denn? Weißt du, das zeigt Interesse und dann kriegt der gleich von mir, hier hast du ein Battle-Mag, stell den da hin und du spielst mit. Oder du mit deinem One-Page-Stools hast gesagt, so, hier, pass mal auf, wir haben noch eine Armee, stell die mal auf, wir basteln das eben zusammen, äh, eben in diesem Armee-Bilder da zusammengeklickt, zack, hier, und wir spielen drei gegen drei. Also, ne? Eins, zwei, drei Spiele gegeneinander jeweils. Das war mega. Und genau so muss Community sein. Definitiv. Also, ne, Hauke, da fahren wir nächstes Jahr noch mal hin, Pottis. Könnt ihr euch schon mal seelisch drauf einstellen. Dann entern wir euch noch mal. Definitiv. Einzig und nein, auch wegen dem Schnitzel. Schönes Holsteiner Schnitzel müssen wir Hauke dort. Auch noch Kredenzen, ey. Ich hab das Foto aus der WhatsApp-Gruppe immer noch vor Augen, euer Schnitzel. Das war wirklich, das war wirklich, das war wirklich, wirklich gut, ey. Das war, hat Mattis einen guten, guten Tipp bekommen, ey. Das war schon, das war schon sehr, sehr geil. Das war schon sehr geil. Aber der Fabi hat es natürlich sich nicht nehmen lassen und hat auch mal eben kurz so ein Audiobuch eingesprochen. Das würde ich euch ganz gerne auch mal eben kurz präsentieren. Kurz, naja, hört selber. Hau rein. Lieber Dyson-Ownouts, euer Käpt'n hat einen Funkspruch abgesetzt und der ist bei uns im Ruhrpott angekommen. Also habe ich mir jetzt noch einen leckeren Schoko-Cappuccino gemacht und schlürfe mit euch den letzten Botugal dieses Jahres, um euch einfach mal das Jahr 2022 aus der Tablepot-Sicht mal zu präsentieren. Erstmal muss ich ein großes Lob aussprechen an die Dyson-Ownouts, an das gesamte Team der Dyson-Ownouts und an eure, wie heißen eure Zuhörer eigentlich, die kleinen Aliens, die Dyson-Ownouten. Euer Podcast hat uns viele Stunden des Schmunzelns, des Lachens und des Weinens geschenkt. Dafür vielen lieben Dank und ein großes Lob. Ich persönlich höre euch auch immer sehr, sehr gerne und habe Phil und Piwi ja dann auch mal live anfassen können. War ein sehr tolles Erlebnis, auch wenn es kurz war und auch wenn ich Hauke noch nicht live gesehen habe, immer wenn ich das Stimmchen höre, das ist so vertraut, als wäre man schon Best Buddies aus den letzten Jahren. Also ja, love is in the air, würde ich mal sagen. Also die Connections zwischen den ganzen Tabletop-Podcasts, untereinander, Gastauftritte, das war toll, das hat mir super gefallen, das möchte ich gerne auch in 2023 weitermachen. Generell zum Jahr 2022, mein persönliches, ich kann ja nicht für meine anderen Potties und Mit-Podcaster sprechen, erstmal persönlich zu euch, zu euren Folgen. Ich fand sehr überraschend, sehr überraschend gut, fand ich die Age of Sigma-Folgen. Ja, ich habe die weggesuchtet. Ich kann mich noch gut daran erinnern, das war im Sommerurlaub, da kamen die Age of Sigma-Folgen raus und da habe ich mir die weggesuchtet und dachte mir so, wow, also ich habe meinen Age of Sigma gerade abgetreten und Piwi hat dann den Schmetterling nochmal erweckt, aber ich konnte standhalten. Aber es war eine echt tolle, informative Folge, hat mir sehr viel Spaß gemacht, gerne mehr davon, auch zu anderen Systemen, wenn ihr sowas macht, finde ich echt, echt stark. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, also wir haben alle Folgen gut gefallen, die ich gehört habe, aber besonders hervorheben möchte ich halt die Age of Sigma-Folge und die letzte Cantina-Folge aus dem Oktober, so eure Mischmasch-Folgen, die war echt kurzweilig, da war keine langatmige Stelle drin und die hat super viel Spaß gemacht, gerne mehr davon, gerne auch mit Gästen oder nur euer Team, also das war klasse, das gerne beibehalten. Ja, zu meinen persönlichen 2022, Fangen wir mal mit den Flops an. Ja, was heißt Flops? Also, einen Fehlkauf würde ich jetzt vielleicht nicht nennen, also ich hatte schon sehr viel Spaß mit Bloodfields, ich habe am Anfang des Jahres, ich habe extra nochmal nachgeguckt, bei Titanforge nochmal eine Bestellung aufgegeben und drei weitere Fraktionen, die Orcs, die Undeads und die Dragonborn hinzugekauft, bemalt, ein, zweimal gespielt, aber leider hat es hier nicht so den Anklang gefunden und bei so vielen Systemen, ihr kennt es, wenn der Schmetterling kickt. Aber irgendwann bleiben sie liegen, insofern habe ich sie dieses Jahr wieder verkauft. Das Spiel an sich ist toll, also probiert es gerne aus, für mich war es dann allerdings so gesehen letztendlich dann doch leider ein Fehlkauf. Was ich jetzt auch nicht eher als Fehlkauf bezeichnen möchte, weil das Spielsystem sehr genial ist eigentlich, auch von deutschen Hersteller, von Neverrealm Industries, Summoners. Summoners habe ich auch dieses Jahr 2022 um die Ice-Fraktion erweitert, ein Spiel leider nur gemacht, hatte dann Eis und Erde hier vor Ort liegen für Demo-Spiele, aber zu viele Spielsysteme. Ein super schönes Spiel, für mich leider zu viel. Gab es noch was Negatives? Nein, im Prinzip war das ja dann sonst positiv. Sehr positiv fand ich auch noch mein Ausstieg aus 40k. Lange mit gehadert, dreimal wieder eingestiegen, man kennt es, wenn der Schmetterling kickt. Die Space Wolves habe ich dann Anfang des Jahres noch verkauft. Die letzten 10 Reavers noch für den Käufer in dem gleichen Farbschimmer bemalt. Schöne Grüße an der Stelle, ich hoffe, du hast viel Spaß damit. Weiterhin positiv fand ich eine Büsse-Challenge, auch eine sehr, sehr coole Erfahrung eigentlich, wenn du nur 28, 32 mm Figuren bemalt und dann in Massen 40 Skelette am Stück oder Hauke, 40 Skelette am Stück, you know what I mean. Wenn du dich dann mal konzentrierst auf eine Büste und da verschiedene Techniken anwendest, kann ich jedem empfehlen, gönnt euch mal eine Büste, bemalt die mal in Ruhe, so als Abwechslung, ist mega geil, super positive Erinnerung habe ich da noch dran. Und was sehr stark dieses Jahr bei mir war, Malifaux. Malifaux-Hype ausgetreten, habe mich jahrelang drum herumschlawenzelt und habe mich dann ein bisschen mehr damit befasst und habe dann doch den Schritt gewagt und ich bereue ihn nicht. Es ist nicht so fluffig easy peasy mal wie Freebooters, sondern man muss den Krips schon anstrengen, aber es lohnt sich. Es ist ein sehr geniales Spiel, kann ich euch nur empfehlen. Lest euch da mal ein, macht mal ein Probespiel. Es lohnt sich auf jeden Fall. Was noch sehr witzig war, also Top und Flop dieses Jahr, ich habe wunderschöne Malifaux-Marker über Etsy bestellt, die schönsten, die es gibt, die man fertig kaufen kann. Leider, und da mein kleiner Tipp an euch, schaut, aus welchem Land das kommt, denn der Zoll haut ordentlich rein. In diesem Sinne, Dice & Nauts, macht bitte weiter so. Ich hoffe, wir sehen uns in 2023 auch nochmal live. Nicht nur auf Messen, sondern auch mal so privat. Lieber Dice & Nauts-Zuhörer, bleibt dem Podcast treu. Es lohnt sich. Denk mal, 2023 wird die Raumstation nochmal ordentlich aufgestockt und durchstarten. In diesem Sinne, schönes neues Jahr 2023 für euch alle. Liebe aus dem Pod geht raus. Bis dann. Yalla. Ja, wenn ich da kurz reingrätschen darf. Erstmal vielen, vielen Dank, lieber Fabian, für deine großartige Nachricht. Also dieses ganze Lob, was du uns hier ausgesprochen hast, das können wir, glaube ich, alle nur wirklich zurückgeben, auch an euch. Und ich hoffe, dass es auch im nächsten Jahr viele, viele, möglichst viele Zusammenarbeiten geben wird. Das ist ja auch das, was eine Community ausmacht. Und wo du das gerade angesprochen hast, was das Thema angeht, wie nennen sich eigentlich unsere Hörenden? Und da muss man einfach nur mal sich nochmal das Intro anhören. Der Sprecher sagt nicht umsonst, wir sind die Dice & Nauts, weil das sind nicht nur wir hier vom Team, sondern auch ihr da draußen. Wir wollen ja dieses Hobby mit euch gemeinsam erkunden. Und genau darum geht's. Wir alle sind im Endeffekt Dice & Nauts. Nur das mal eben vorneweg. Ich übergebe an den Käpt'n. Ja, was soll ich dazu sagen? So wie Fabi es vorhin gesagt hat, diese gesamte Zusammenarbeit mittlerweile zwischen diesen Hobby-Podcasts, die wir so haben, sei es zum Beispiel, was ich beim Imperator nichts Neues oder den lieben Jungs und Mädels von Mago Botato, den Table Potty's, you name it. Ich glaube, das ist der richtige Weg und ich glaube, den werden wir 2023 auch noch verstärkt weitergehen, dass wir einfach zusammen Dinge für euch da draußen machen, die uns interessieren, die euch interessieren oder wo wir einfach nur sagen, da haben wir Bock drauf und ob ihr es hört oder nicht, aber ich habe da Bock drauf, die Folge zu machen. Das sehen wir dann. Also ich bin offen für alles Mögliche. Natürlich haben wir für 2023 noch Dinge geplant, die wir jetzt hier nicht ausplanern werden, aber da wird noch einiges kommen, so wie Fabi sagte. Natürlich wird da einiges kommen. Und ich bin sehr stolz drauf, jetzt mittlerweile mit euch allen zusammen, da jetzt quasi mit dieser Folge die 132. Folge oder 133. Folge mittlerweile dann zu veröffentlichen. Also von daher, ja, fettes Dankeschön an alle. Ja, auch von mir, Fabian, ein wirklich herzliches Dank. Danke. Du sprichst ja letztendlich ja auch stellvertretend für die anderen Jungs der Table Potty's und ich muss ganz ehrlich sagen, dass es mir auch immer wirklich eine ganz große Freude ist, euren Podcast zu hören. Denn ihr bearbeitet auch Themen, die bei uns gar nicht so auf der Agenda stehen. Und das ist halt das Schöne, dass sich halt diese gesamte Community wirklich äußerst gut ergänzt. Und ich nicht feststellen kann, dass dort Themen irgendwie doppelt bearbeitet werden, sondern wirklich ergänzend. Und ein absolutes Beispiel dafür, wie super das läuft, ist mit Mager Butato. Das ist jetzt natürlich etwas komisch, dass ich euch lobe, indem ich etwas über Mager Butato erzähle. Aber wir hatten, wir hatten hier bei uns beim Dice & Nights eine echte Diskussion, die ich so noch nicht kannte, ob wir wirklich das Thema Pile of Shame bearbeiten. Ich wusste das letztendlich wirklich, ich will nicht sagen durchsetzen, aber ich musste da wirklich drauf drängen. Denn, Piwi, nehme mir das nicht übel, wenn ich das jetzt so sage, aber du hast das Thema gar nicht so als unter den Nägelbrenn betrachtet. Nein, überhaupt nicht. Und Christian, der alte Boardgamer, für den war das irgendwie auch nicht auf der Agenda. Und für mich, als stolzer Besitzer mehrerer tausend Figuren, war das durchaus ein Thema. Und dann habe ich darauf gedrängt, dass wir diese Sache dann auch wirklich im Zuge mehrerer Folgen bearbeiten. Und ein halbes Jahr später legen dann die Jungs von Marga Butato nach. Und die haben da jetzt auch, ich glaube, insgesamt vier oder fünf Folgen jeweils aus verschiedenen Blickpunkten gemacht zum Thema Pile of Shame. Und die Sache halt aus anderen Sichtweisen dann beleuchtet und ergänzt. Und ich finde, das ist äußerst interessant, ein und dasselbe Thema aus verschiedenen Blickpunkten vorgetragen zu bekommen. Und das Gleiche gilt ja eben auch für die Pottis, die ja exakt dieses Thema auch schon mehrfach am Wickel haben. Sodass man eigentlich sagen kann, dass dieses ganze Jahr eigentlich aus der Podcast-Community der Pile of Shame irgendwie präsent war. Und das finde ich großartig. Möchte ich noch auf etwas anderes eingeben, was Fabi sagt. Und Fabi sagte halt, dass unsere Kantiner-Folge, dass die ihm besonders gut aufgefallen wäre. Das gilt für mich auch. Und wir haben da ja in der Tat ein anderes Format mal gewählt. Wir haben ja gesagt, wir drei besprechen halt mal ein Kessel Buntes, wenn man so will. Aber wir hatten uns ja im Prinzip im Vorfeld schon Gedanken gemacht, worüber wir sprechen wollen. Es hatte also eigentlich mehr mit einem Stammtisch zu tun, in dem alles vorbereitet wird, als einfach ein offenes Gespräch, in dem wir einfach mal losquatschen, ohne Sinn und Verstand. Und dementsprechend wurde das ja auch. Wobei wir allerdings auch unserem Markenzeichen, glaube ich, gerecht geworden sind, dass wir wirklich den Gemischtwarenladen abgedeckt haben. Weil wir ja auch zum Beispiel Ringe der Macht mit am Start hatten und One D&D. Und das, glaube ich, fand ich, war auch wirklich, wirklich gelungen. Also diese Pile of Shame, ach ja, Folgen, da muss ich wirklich sagen, habe ich wirklich so ein bisschen, ich will nicht sagen unter den Teppich gekehrt, aber wie du sagst, das brannte bei mir nicht wirklich unter den Nägeln. Weil ich dachte von wegen so, ja, ich habe hier Kram stehen, so nach dem Motto, weißt du, aber der berührt mich nicht so nach dem Motto. Bis wir diese Pile of Shame Folgen aufgenommen haben, wo ihr mir so ein bisschen die Augen geöffnet habt und gesagt habt, pass mal auf, da sind aber auch noch Leute, die haben da vielleicht wirklich ein Problem mit oder so, die denken anders und so. Und erst dann bin ich mir dem Ganzen wirklich erstmal bewusst geworden. Also von daher, erstmal besten Dank an der Stelle. Und unsere Cantina-Folgen, das sind für mich mit die liebsten Folgen, weil wir da einfach frei vom Leder reden können. So wie heute zum Beispiel. Wir können aber frei vom Leder reden und alles ist gut. Ich würde das ganz klar so unterschreiben, weil das ist ja auch ein ganz großer Teil davon, was die Dice & Outs halt auch ausmacht. Wir sind halt kein festgelegter Podcast, der irgendwie jetzt sich auf ein bestimmtes Thema so einschießt. Klar, es geht im Großen und Ganzen um das Tabletop, Pen & Paper Hobby, was ja manchmal einhergeht, manchmal nicht. aber im Endeffekt alles, was irgendwie die geneigten Hobbyisten tangiert, darüber sprechen wir halt. Egal, ob das jetzt eine Serie ist, ein Spiel oder ein neues Farbset, was rauskommt. Einfach alles, was interessiert, darüber wird gesprochen und was nicht, das nicht. Und das finde ich sehr, sehr, sehr anregend. Ja. In der Tat. So ist das, wollte ich gerade sagen. Nun muss ich noch eine Sache noch kurz erzählen zum, zum, zum Table-Podys. Und zwar, ich habe im Oktober habe ich an der Mahl-Challenge teilgenommen, der Table-Podys. Und ich habe da einen Grottbomb-Launcher halt eingeschickt. Thema war halt Oktober. Und Stefan, also der Geländebau Stefan von den Table-Podys und ich, wir hatten halt lange, lange Zeit eine Battle während der Abstimmungsphase. Wer von uns auf den letzten Platz kommt, das war halt sehr cool. Wir beide haben das aber sehr, sehr, sehr entspannt und mit Humor genommen. Wir sagten halt, unsere Art des Bemals wird einfach nicht mehr gewertschätzt. Wir sind offenbar alte Leute. Und dann hatte ich leider Pech und habe verloren und Stefan ist letzter geworden. Alter, das ist so. Sieger der Herzen, wolltest du sagen, ist er geworden. Er hat, er hat mit einer, mit einer Stimme weniger gewonnen halt. Und es war, war halt sehr cool. Hatten wir viel Spaß bereit. Und dann kam es so, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber ich erzähle das jetzt hart, hart mal. Dann kam es, dass im November dann halt die offene Kategorie eingeläutet wurde. Man konnte einsenden, was man will. Und ich sagte dann zu Stefan, Stefan mal ganz im Ernst, scheiß auf alles, schick doch deine Mordheim-Platte als Beitrag. Und das hat er dann auch gemacht und er hat einfach die Bude abgeräumt und mega geworden halt. Aber auch völlig zu Recht. Also etwas Geileres, einen Geländebau habe ich selten gesehen. Aber es ist schon geil, was Stefan da macht, muss man einfach mal sagen. Also das ist schon wirklich High-End-Level. Definitiv, auch wenn man überlegt, wie kreativ er verschiedenste Dinge nutzt, um daraus dann diese Gebäude zu bauen. Also ich erinnere mich an einen Post von ihm, wo man noch ein unbemaltes Gebäude gesehen hatte. Da hat er einfach für die Fassade, damit er so hübsche Balken hatte, mit so ein paar Rundungen und so, hat er einfach Holzklammern genommen und die Hälfte davon jeweils quasi als Balken angeleimt. Sowas halt alles. Und das sieht hinterher super geil aus und du siehst überhaupt nicht mehr, was da mal ursprünglich benutzt worden ist. Aber ganz große Kunst auf jeden Fall. Das stimmt. Das Ganze erzähle ich letztendlich auch deshalb, weil ich bin ja nicht nur auf unserem Discord-Server, sondern natürlich auch auf anderen Discord-Servern. Und ich muss ehrlich sagen, nicht nur die Jungs vom Table-Pod selbst, sondern auch die ganze Community der Pottys. Das ist eine ganz, ganz feine Trubbe und da halte ich mich gerne auf und es ist immer lustig. Finde ich super. Ja, genau. Das Ganze gilt noch für die Jungs und Mädels von Marco Botato. Das ist immer schön, von wegen, wenn man dann so in den Chat reinguckt und dann schreibt man da Moin und einfach nur eine Kaffeetasse und dann siehst du plötzlich, wie binnen 20 Minuten da, ich sage jetzt mal so, irgendwie pro Minute immer eine Nachricht kommt, Moin, 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 Moin. Absolut herzlich. Also von daher auch ganz viel Liebe geht raus an die Mager-Potatos da auf ihrem Discord. Das ist einfach nur abgefahren. Das ist cool. Wobei ich mich immer gefragt habe, ob die da einfach nur Moin reinschreiben und sich dann wieder ausloggen oder sich dann irgendwo im Sprach-Chat treffen. Nur dann überlege ich halt immer, die Leute müssen doch auch der Arbeitstätigkeit nachgehen. Die können doch nicht jeden Tag vormittags malen. Das geht doch nicht. Weiß ich nicht. Aber gut, ich weiß es nicht. Also arbeiten. Auch so ein Moin ist schnell getippt. Genau. Genau. Und das geht ja zu jeder Tages- und Uhrzeit. Also von daher ist ja alles schick. Nein, ich meine die auch, dass du es einfach nur reintippst. Moin ist klar. Aber ich dachte, dass die dann halt, weil dann immer nur Moin und dann keine weitere Unterhaltung kommt, dachte ich halt immer, vielleicht sprechen die dann halt im Sprachkanal. Aber dann dachte ich auch, aber die müssen doch auch arbeiten. Die können doch nicht jeden Tag im Sprachkanal sein halt. Du meinst, die haben so einen geheimen Logenkanal. Das geht nicht. Ja. Hast einfach so einen Knopf im Ohr so nach dem Motto und sitzt dann irgendwie bei der Bank und das sieht aus, als ob du telefonierst. Aber in Wahrheit bist du im Sprachchat und redest über die neuesten GW-Releases oder so. Wirklich halt. Ja, das ist geil. Das ist geil. Was ich genauso geil fand, war, dass unser Alex, aka der Nerdik-Painter, uns aus Polen auf einer Raststätte in Stettin uns einen Sprachnachricht gesteckt hat. Das müsst ihr euch anhören. 2022 war in kurz bei mir mehr Quantität vor Qualität. Ich war mal produktiver, als ich es vorhatte. Hab mich allerdings nicht so sehr damit beschäftigt, technisch besser zu werden. Von einem sehr coolen Mal-Workshop von den Dyson Horts bei Manuel mal abgesehen. Ansonsten war es aber ein sehr sozial kooperatives Jahr. Ich habe an mehreren Projekten teilgenommen. Das waren die Sisters of Battle Oldhammer Challenge, also nur Metall-Soritas anmalen, einen Monat lang. Dann gab es, habe ich mit den Rank and Fire 22 meine Shield Maiden von Shield Wolf Miniatures endlich aus der Taufe gehoben, nach Jahren. Das war auch eine sehr, sehr coole Sache. Und zuletzt halt dann nochmal eben 50 Harrow's Heresy Imperial Fists im Rahmen von Arbiter Ian's Tale of Four Heresy Gamers. Das war so der große Kernrahmen. Ich hätte gerne mehr 3D-gedruckte Sachen gemacht, aber das wird hoffentlich 2023 dann wieder. Und Social Media mäßig war eigentlich auch ganz cool, weil irgendwie habe ich es geschafft, dass mir auf einmal 1000 Leute auf Insta folgen. Also das war ein schönes Weihnachtsgeschenk. Jetzt bin ich gespannt, wie 2023 wird. Das ist schon geil, wenn einem plötzlich so irgendwie so 1000 Leute irgendwo folgen. Also ich sehe das ja bei uns. Wir sind irgendwie jetzt glaube ich bei 850 Leuten, die uns auf Instagram folgen. Und was ich ja immer sage, stellt euch diese Leute einfach in einem Kino vor oder in einem Stadion oder in einer Turnhalle oder irgendwie sowas. Das ist abgefahren. Ja, 1000 ist schon eine krasse Zahl. Also das muss man erstmal zusammenkriegen. Definitiv. Vor allen Dingen in so einem nischigen Hobby, wie wir unterwegs sind. Natürlich gibt es auch den einen oder anderen mit 80.000 Followern oder so. Aber das sind dann doch wirklich schon die ganz großen Ausnahmen, zumindest in unserer Nische nach wie vor. Und das ist schon echt eine krasse Zahl. Definitiv. Großen Respekt. Ja, das finde ich auch. Das finde ich auch. Okay. Okay. Wir sind im Dezember angelangt und ich glaube, die Leute da draußen wollen noch von dir wissen, wie du denn deine Minis zählst. Du hast irgendwann mal den imperialen Zensus feilen lassen. Da klär uns doch nochmal drüber auf, wie du auf Zahlen von 359 zu irgendwas kommst. Okay. Letztendlich rechne ich das nicht in Miniaturen, sondern in Zeiteinheiten. Denn die wirklich beschränkte Ressource ist Zeit. Und um das messbar zu machen, ist es halt so, dass ich einer Miniatur, die ich auf Tabletop-Standard bemalen würde, halt eine Zeiteinheit zuweise. Das ist so die Grundeinheit. Eins. Ein Landraider würde ich halt zum Beispiel fünf Einheiten zuweisen. Hobbypunkte nenne ich das, weil Einheit hört sich irgendwie bisschen scheiße an. Also ein Hobbypunkt respektive fünf Hobbypunkte halt. Aber genauso ist auch eine Podcast-Aufnahme ist halt auch ein Hobbypunkt. Oder wenn ich außergewöhnliche Sachen mache, wie zum Beispiel was ich gerade hier in den letzten Tagen mache, 150 Orgs Besen, dann gebe ich der Sache auch Hobbypunkte, einfach um mich selbst zu motivieren, denn es kostet ja auch Zeit. Und zwar ist das eigentlich theoretisch natürlich schon bei dem Bemalen der Figur mit eingepreist, aber auf der anderen Seite ist das ja hier auch keine Wissenschaft, sondern einfach nur ein sinnvolles System, um mich selbst zu motivieren und meinen eigenen Zeiteinsatz messbar zu machen. So? Und wenn ich jetzt so auf meine Zeitverwaltung gucke, sehe ich halt, dass ich tatsächlich 273 Hobbypunkte bemalt habe und 114 andere Hobbypunkte aufgebracht habe. Wie gesagt, Podcast, alles Mögliche, was halt dann so dranhängt noch am Hobby. Komme ich auf 387 und das ist cool. Davon sind 183 neue Hobbypunkte dazugekommen in diesem Jahr und 176 Figuren habe ich verschenkt. Also ich habe gar nichts verkauft, sondern alles verschenkt an Figuren, denn irgendwie muss ich das Zeug ja auch mal loswerden halt. Und ich denke halt, dass man Sachen, die man verschenkt, dass man das nicht bereut, während ich es garantiert bereuen würde, wenn ich Sachen verkaufe halt. Ich bereue das heute noch, dass ich die paar Figuren, die ich verkauft habe, in meinem Leben überhaupt verkauft habe halt. Und darum mache ich das halt nicht mehr. Okay. Hat das Sinn ergeben? Für mich auf jeden Fall. Ich finde das immer spannend zu sehen, dass man dann sein Hobby quasi auch in Zahlen ausdrücken kann. Also ich setze mich einfach hin, ich weiß nicht wie es viel geht, aber ich setze mich einfach hin und mache einfach Dinge, ohne mir da großartig Gedanken drüber zu machen. Aber du machst ja eine richtige Verwaltung quasi, damit du dir das wirklich auch mal vor Augen halt wichtig, also ich schlicht und ergreifend habe ich halt diesen Pile of Shame und diesen Pile of Shame kann ich nur dann loswerden, wenn ich das systematisch abarbeite und um das systematisch abzuarbeiten, muss ich es irgendwie messen. Wenn ich das nicht messe, habe ich keinen Überblick und dann kann das Ding theoretisch noch zunehmen halt. Und deshalb habe ich zum Beispiel jetzt im Dezember habe ich das gemacht, was ich auch propagiert habe Anfang des Jahres in den Pile of Shame voll. Ich bin das einfach mal wirklich, wirklich systematisch durchgegangen. Ich habe das zwar schon im letzten Jahr nur nach Miniaturen berechnet, nicht nach Zeiteinheiten, nicht nach Hobbypunkten und ich habe das jetzt in diesem Dezember gemacht. Ich habe hier alles, alles gesichtet, nummeriert, gezählt und verwaltet. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Dark Angel Veteran Sergeant haben, dann weiß ich genau, in welchem Kasten das Ding liegt und ich muss nie wieder danach suchen halt. Das spart ja schon richtig viel Zeit. Aber ich bin das mal durchgegangen und ich habe die Figuren in fünf Kategorien geteilt, also damit der Einteilung bin ich noch nicht ganz glücklich. Aber insgesamt, und das ist jetzt auch nicht so einfach hinzunehmen, habe ich 3944 Figuren. Das ist eine Ansage. Also das ist echt eine Menge. Davon sind 1285 bemalt. Jetzt geht das Ganze schon in eine etwas normalere Richtung. Das ist im Prinzip 33 Prozent ist fertig. Dann habe ich für das nächste Jahr, das ist die nächste Kategorie, in die ich diese Figuren eingeteilt habe, habe ich 489 Figuren vorgesehen, die ich in 2023 bemalen möchte. Das klingt nach sehr viel, das ist auch sehr viel. Man muss aber bedenken, dass dort viele Figuren bei sind, die schon in einem gewissen Projektstadium sind und dass dort auch viele Figuren bei sind, die schnell zu bemalen sind. Alleine 150 Schiffe für Raumflotte Gothic. Also das ist Machbarheit. Das sind jetzt nicht 490 Space Marines Firstborn mit Detail ohne Ende. Das sind weitere 12,5% sodass im Prinzip noch 373 Figuren verbleiben und jetzt sind wir wirklich im Rahmen dessen, was machbar ist. 373 Figuren verbleiben, die ich bemalen möchte, aber keine vernünftige Vorausschau habe, wann das überhaupt geschehen soll. Und das ist jetzt überraschend. Ich habe 1767 Figuren oder 44 oder 45 Prozent an Figuren, die ich eigentlich gar nicht bemalen möchte, beziehungsweise von denen ich sage, die habe ich nicht vor zu bemalen. Ich behalte die hier, lasse die halt mal irgendwie rumfliegen und gucke mal, was passiert. Aber das ist sozusagen nicht mehr Pile of Shame, sondern das ist jetzt tatsächlich Pile of Opportunity. Das sind Figuren, diese 1767 Figuren, die habe ich, die stressen mich aber nicht mehr. Was mich stresst, sind die 490 Figuren für nächstes Jahr und die 373 Figuren danach. Wo ich sage, die will ich bemalen, aber wann denn? Und die anderen, das ist Pile of Shame und das andere ist Pile of Opportunity. Und ich glaube, das macht auch Sinn, das dann so zu trennen, denn ich glaube, es gibt wieder das eine Pile of Shame oder das andere ausschließlich. Es ist eher eine Zusammenmengung von eine Gemengelage und auch das muss man irgendwie vernünftig erfassen. Und damit kann ich gut leben. Das stresst mich jetzt alles hier gar nicht mehr. Es ist zwar eine irre Zahl, aber wenn man das dann runterbricht, dann kommt was vernünftiges bei raus, sodass man ruhig schlafen kann. Finde ich cool. Ja, definitiv sehr cool. Und was du vorhin noch fragen wolltest, wie das bei mir ist, da kann ich nur sagen, mir geht es da glaube ich recht ähnlich wie Piwi tatsächlich. Ich freue mich einfach über meinen Haufen Minis hier. Und solange wo kein Problem, da auch keine Lösung notwendig bisher, das kann sich natürlich alles irgendwann noch mal komplett ändern, aber bisher gibt es bei mir gar nicht den Bedarf so was so wirklich durchzuziehen, weil ich nicht das Gefühl habe, ich muss an ein Problem ran, was gelöst werden muss, sondern das läuft einfach so wie es läuft und da bin ich ganz zufrieden mit. Das ist ja auch völlig normal, jeder Mensch ist unterschiedlich und geht damit anders um. Ich bin mir allerdings auch nicht sicher, ob du an eine vergleichbare Zahl an Figuren rankommst zur Zeit für. Vermutlich nicht, also ich komme schon in einen vierstelligen Bereich, würde ich sagen, aber in einen unteren vierstelligen Bereich. Okay. Du bist ja schon eher in einem mittleren vierstelligen Bereich unterwegs. ich bin in dem Bereich, der wirklich weh tut halt. Was heißt weh tut? Es ist ja keine einzige Figur dabei, von der ich sage, Alter, das ist scheiße, dass ich die habe. Ich bin jetzt unglücklich, dass ich diese Figur besitze. Ganz im Gegenteil, ich bin glücklich, dass ich sie habe, nur ich möchte halt auch einen Plan haben, was ich mit ihr mache. Und nicht davor sitzen und denken, Alter, scheiße, du musst, du musst, du musst, du kannst nicht, sondern meine Entscheidung treffen. Und was ich zum Beispiel entschieden habe, ist halt alle Star Wars Legion Figuren. Das sind gar nicht so viele. Es sind halt in Anführungsstrichen nur 250. Habe ich jetzt erstmal rausgenommen und gesagt, die habe ich keinen konkreten Malplan für. Die stehen in der Vitrine und ich bin glücklich, die zu haben. Wie seit jeher halt. Und wenn ich meine, die bemalt zu müssen, dann geht das glaube ich auch zügig über die Bühne. Aber was ich noch sagen wollte, und zwar wir sind leider über den November so schnell hinweg gegangen, da wollte ich noch kurz eine Sache anmerken, die ihm auch ganz toll gefallen. Und zwar das wissen die Hörer nämlich gar nicht, weil das nämlich eine Aufnahme Erlebnis, das hat richtig Laune gemacht und ich muss sagen, ich bin großer Fan des Midgards Reunspiels geworden und auch ein großer Fan von Steam Tinkers Klönschnack. Das stimmt, das stimmt. Die beiden, die sind echt herzlich, also sowohl Mirko als auch David, die beiden, also mit denen kannst auch abends irgendwo im Brauhaus sitzen und dir einen Humpen nach dem anderen irgendwie reinlöten und am nächsten Tag dann irgendwo auf der Burg Midgard spielen. Total geil. Ja, es war auf jeden Fall richtig cool und ich muss auch sagen, das war ja mein erstes Pen-and-Paper-Rollenspiel, aber es hat richtig Spaß gemacht und wir sind ja noch nicht fertig damit. Das heißt, ich freue mich schon auf die nächste Session, wo wir das Abenteuer dann zu Ende spielen werden, hoffentlich. Also da kommt sogar noch was. Ich würde jetzt noch eine Sache vorlesen wollen, die uns auch per E-Mail erreicht hat und damit würden wir auch zum Ende der heutigen Folge kommen. Und zwar hat geschrieben Felix Wolf auf Instagram, dem müsst ihr unbedingt folgen, weil der Junge, der kann echt malen. Ich lese mal vor, was er uns geschrieben hat. Ah, ich wollte euch noch mein Hobby Highlight nennen. Und es war das Hobby selber. Nach 22 Jahren Pause einfach wieder eingestiegen, aus vielerlei Gründen wie Pandemie, Kinder bekommen, weniger soziale Kontakte gehabt. Ich kann mir nicht vorstellen, das Hobby jemals wieder zu verlassen. So viele neue super Kontakte im Real Life und Online. Spielbälle gehabt und geplant. Nachteil ist auch das Hobby selber. Keine Zeit für andere Hobbys mehr. Ja, nach 22 Jahren Pause wieder eingestiegen und dann gleich in so Communities reingerutscht, wo man dann den Zusammenhalt hat. Sowas ist natürlich super geil. Finde ich spitze. Definitiv. Also ich hab ja seinen Anfang auch tatsächlich so ein bisschen mit begleitet. Auf Instagram war das tatsächlich. Und man muss sagen, der ist ja innerhalb eines Jahres so durch die Decke gegangen, auch mit seinem ganzen Content, den er hochgeladen hat. Sowohl hobby-technisch als auch Instagram-technisch komplett durch die Decke gegangen, hat er sich auch sehr verdient, weil er auch wirklich ein sympathischer und netter Mensch ist. Und das ist schon bemerkenswert, das so zu sehen, wie Leute so aufgehen können in diesem großartigen Hobby. Allein das macht schon Freude. Ja, Phil, wie sieht's denn aus mit deinen Vorsätzen für 2023, außer mehr Sport zu machen, weniger zu rauchen und dich gesünder zu ernähren? Ja, also was dieses Thema angeht, ist mein größter Vorsatz, mir keine Vorsätze zu nehmen, weil das Leben bereitet sowieso auch schon so genug Umstände und Stress und Verpflichtungen, dass ich besonders, was das Thema Hobby angeht, sowas überhaupt gar nicht haben will. Ich habe natürlich einige Dinge vor im nächsten Jahr, aber an Vorsätzen, also ich möchte einfach nur, wenn ich mir was vornehme fürs Hobby Jahr 2023, dann ist es richtig viel Spaß haben und am liebsten mit, auf jeden Fall mit euch zusammen, das wäre so das Einzige. Und wie ist das bei dir, Piwi? Also ich habe mir vorgenommen für 2023 nicht nur mich weiter mit meinen Minis hier zu beschäftigen, sprich die zu bemalen und ein schönes Gesamtbild nachher zu erstellen, sondern ich möchte auch wesentlich mehr spielen nächstes Jahr, also sprich mit euch wirklich sich, ich will nicht sagen regelmäßig, aber doch öfter treffen, als wir es 2022 jetzt gemacht haben, um einfach dann so einen Samstag da zu sitzen und Würfel zu werfen und sich einfach einen Schnack zu erzählen und dabei eine Pizza zu bestellen und alles wird cool. Genauso wie Conventions zu besuchen, wie sich dann mit den Pottis zu treffen, wie runter zu Daniel fahren, der jetzt ja im Frankenland wohnt und mit Sebo da unten dann den einen oder anderen Humpen zu heben. Also von daher steht relativ viel auf meiner Liste und ich hoffe, dass ich dem nächstes Jahr gerecht werde und wir hören uns Ende 2023 zur Jahresabschluss Folge, ob ich das geschafft habe. ich bin sehr gespannt. Hauke, wie ist bei dir? Sowohl als auch. Ich habe die Minis, die ich bemalen möchte, das klang eben ja schon an, habe ich eine klare Vorstellung davon, was ich bemalen möchte. Ich möchte gerne auf Raumflotte Gothic endgültig einen Deckel drauf machen, indem ich alle Modelle habe, alle die Modelle, die ich habe, auch fertig stelle. Das dürfte nicht allzu lange dauern. Dann werde ich die Untotenarmee mit Eloise zu Ende bringen, indem ich sie auf 3.000 Punkte erhöhe. Ich werde meine Warhammer Fantasy Battle Armee des ungeteilten Chaos auch zu Ende bringen. Ich werde meine 40.000 Imperial Legale Armee aus der dritten Edition auch zu Ende bringen. Und das wird das Highlight, ich werde meine Warhammer Questbox und zwar die Box von 1995 bemalen. Und da habe ich richtig Bock drauf. Also, was ich bemalen möchte, habe ich eine klare Marschroute und darüber hinaus exakt das, was ihr Jungs sagtet. Ich möchte gerne mehr spielen. Ich wäre glücklich, wenn wir das irgendwie formalisieren könnten, so im Sinne von halt irgendwie jeder zweite Donnerstag im Quartal oder so. Irgend so was halt. Und dass wir nach Möglichkeit alles an Veranstaltungen mitnehmen, was es irgendwie gibt. Angefangen bei der Taktika, da schlagen wir im Februar auf und trinken alles aus. Und ich weiß, ich weiß, mal ganz im Ernst, wie soll denn das werden, wenn wir im Februar zur Taktika nach Hamburg fahren? Mit wem wollen wir denn zuerst loslegen? Erstmal mit den Jungs von Margot Mutato, mit Andy und Konsorten? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, aber irgendwie wird das schon gehen. Habe ich total Bock drauf? Und dann gucken wir einfach mal weiter, was das Jahr so bringt. Was wir auch noch in der Pipeline haben, das lasse ich mal jetzt so anklingen, mit Nerdic Painter zusammen erdacht eine 40k Oldtimer Challenge. Die ist ein bisschen kurz gekommen in den letzten Wochen, aber da sind wir dran und das ist eine Sache, die wird 2023 auch auf. Mega gut. Spoiler Alarm. Ja, ein bisschen muss sein halt, Auf jeden Fall. Ich habe auch schon richtig Bock drauf. Es ist viel passiert im Jahre 2022 bei den Dyson Outs. Die Raumstation wurde neu geputzt, es wurde angebaut, es wurde umgebaut, es wurden einige Dinge erledigt und neue Sachen stehen, wie ihr es auch gehört habt, schon in den Startlöchern auf der Startrampe bereit, um abgeschossen zu werden, sodass wir Platz machen für wieder neue Sachen, die wir dann irgendwo einsammeln werden und genau so, wie wir das Jahr beenden, fängt das Jahr auch wieder an. Ich würde sagen, Hauke und Phil, vielen Dank bis hierhin für das gesamte begleitete Jahr. Ich sage Danke an euch da draußen fürs Einschalten, fürs Mitmachen auf dem Discord, für eure Unterstützung, die wir mal bei Kofi bekommen haben, die wir mit guten Worten bekommen haben von euch, dass ihr uns so eifrig in den sozialen Netzen folgt und dort immer wieder wirklich zeigt, dass es eine Community gibt, die sehr nett im Umgang auch untereinander ist und das ist glaube ich nicht so selbstverständlich wie man es ganz gerne im Internet hätte. Dafür erstmal ein riesendickes Dankeschön. Anders kann ich es glaube ich gar nicht sagen. Und ich wünsche allen und natürlich auch Hauke und Phil einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023 und dass dieses Jahr noch besser wird, als dieses Jahr quasi schon gewesen ist. Vielen Dank. Der Imperator schürzt. Ja, auch von mir ein ganz herzliches Dankeschön. Es freut mich einfach unfassbar doll, dass ich hier mit dabei sein darf und dass ihr so fleißig zuhört. Das ist einfach wirklich einfach ein Geschenk, muss ich ganz ehrlich so sagen. Einfach pures Glück, das hier mitmachen zu dürfen. Es war ein tolles Jahr 2022 und ich freue mich schon riesig auf ein noch besseres Jahr 2023. 2023. Macht's gut, bis bald. Bis bald. Jahrholt. 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 Jahrholt.